Melon. Liebe Freunde, holt euch ein Lämpersbrot, macht euch einen Entrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute über die zweite Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind ... Xenia. Und Jonas, die Herr-der-Ringe-Cracks eures Vertrauens. In den Folgenbesprechungen werden wir mit euch Szene für Szene durchgehen, sprechen wir die zugrunde liegende Lore, Kameraarbeit, Sounddesign, alles Technische, Figurenkonstellationen, Dramaturgie, alles Mögliche. Und am Ende dieser Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir diese Folge im Großen und Ganzen fanden. Und genau so habe ich schon letztes Mal gesagt. Schaut euch am besten unser Video über die Vorgeschichte von Rings of Power an, damit ihr da einfach super informiert seid und wir nicht jedes Wort noch mal ausklamüsern wollen. Weil die Welt von J.R.R. Tolkien ist sehr groß und sehr komplex. Und genau, die nächste Folgenbesprechung kommt dann schon nächste Woche. Am Montag höchstwahrscheinlich. Das ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Aber ja, am nächsten Montag kommt dann die nächste Folgenbesprechung. Und genau. Normalerweise starten wir ja die Folge mit Kommentaren zur letzten Folge. Es ist jetzt schon eine online. Nein, aber da wir diese Folge gerade drehen, bevor die andere schon online ist, können wir leider nicht auf die Kommentare eingehen. Aber ich hätte eine Sache, Xenia, die ich gerne mit ihr besprechen wollen würde. Schieß los. Und zwar haben wir uns ja auch gefragt, wie diese Serie ankommen wird. Ja. Und jetzt übers Wochenende ist ja sehr, 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 sehr viel passiert. Fast jeder YouTube-Channel, der was von sich hält, hat eine Review gemacht. Ja, und wir sind viel zu spät. Aber wir haben dafür extra gründlich recherchiert. Das Beste kommt schon zum Schluss. Genau. Und ja, es ist ein geteiltes Echo, würde ich sagen. Viele sind schon begeistert von der Serie. Einige finden die auch nicht so toll. Also es ist irgendwie so alles mit dabei. Aber es kam gerade jetzt bei dieser Serie, wo im Vorfeld ja auch schon so viel, dass die Serie zu woke ist, dass die Sachen nicht so wirklich nah sind, Tolkien getreu sind. Genau, da gab es ja ganz viele Kritikpunkte. Und manche Leute haben die Serie auch schon ein bisschen so vorverurteilt, ohne sie gesehen zu haben. Das stimmt. Und was man jetzt gesehen hat, was auch übers Wochenende passiert ist, ist Review-Bombing. Das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären. Leute, die halt komplett dagegen sind, geben der einen Stern. Und was natürlich zu einer insgesamt schlechteren Bewertung führt. Aber natürlich gibt es dann auch eine Gegenbewegung, die gibt dann der Serie 10. Auch halt auch um diesen Effekt so ein bisschen quasi abzufedern, dass die Serie nicht dann plötzlich nur zwei Punkte auf IMDb hat oder sowas. Ist natürlich dann auch schade, weil dann geht es ja total davon weg, wie die Serie wirklich rezipiert wird. Ja, genau. Das war nämlich auch, das ist auch der Fall bei IMDb, gibt es ja so eine Top 250. Und auf dem ersten Platz ist The Shawshank Redemption, die Verurteilten. Und das ist nur auf dem ersten Platz, weil es mal so ein Review-War gab zwischen The Dark Knight und der Pate. Ah, krass. Weil die Leute, Fans von Dark Knight, wollten, dass der weiter oben ist und haben dann der Pate schlechter bewertet. Und der Pate ist dann vom ersten Platz abgerutscht. Ach, krass. Also das heißt nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich Shawshank Redemption. Genau. Wenn Rings of Power sich streitet, freut sich House of the Dragon. Ist ja so lustig, wenn dann jetzt so She-Hulk oder so besser bewertet wird als House of the Dragon. Ja, aber bei She-Hulk ist er von den Reviews her ähnlich durchwachsen. Genau, bei Rotten Tomatoes hat die Serie 84%. Aber das sind ja quasi auch dann nur so Kritiker und Kritikerinnen. Und da wird das ja auch immer so. Das ist ja auch keine wirkliche genaue Zahl. Sie hat 71 auf Metacritic von 100. Und im User-Rating, also dann nur die Leute, die dann quasi nicht offiziell was machen, 2,4. Das ist der Unterschied. Und bei IMDb, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, da sind ganz viele Bewertungen, wie gesagt, auf 1 und ganz viele auf 10. Und ich habe auch auf Reddit mich so ein bisschen umgeguckt, wie die Serie so ankam. Und ich habe gelesen, das ist jetzt, ich habe es nur gelesen, das haben aber ein paar Leute dann halt auch so bestätigt, aber ich habe jetzt keine Beweise dafür, dass IMDb teilweise Reviews gelöscht hat. Klar, es gibt dann welche, ne? Die das dann bashen einfach nur. Ja, oder ob die es bashen oder sind dann irgendwelche Bots oder sowas. Das ist klar, dass das gelöscht wird. Aber da waren auch Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, die haben eine ganz ausgeglichene Review gemacht und die wird halt auch gelöscht. Und da ist halt so das Problem, dass IMDb halt zu Amazon gehört. Und Rings of Power ist auch von Amazon. Also es ist dann schon, also es ist jetzt keine Verschwörung oder so, aber ich glaube, ich weiß nicht, da könnte man schon kritisch nachhorchen mal, ob das dann vielleicht so geleitet ist. Ich meine, ich verstehe das auch, dass Amazon nicht will, dass dann der Tenor sagt, die Serie ist nicht guckbar. Die haben eine Milliarde dafür ausgegeben deshalb. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, das gibt ja auch der Serie einen bitteren Beigeschmack, dass es eben von so einem Studio produziert wird. Da fragt man sich, okay, will man nur Geld machen oder möchte man halt was Gutes produzieren? Oder wenn man dann so eine Foto sieht von der Premiere von London, wo im Bildmittelpunkt Jeff Bezos ist und nicht irgendwie Morfett Clark oder sowas. Ganz hinten so vor so einer Wand steht so, ja, Morfett Clark. Ja, und was natürlich auch, wo es auch gekommen ist, dass Amazon auch bei sich auf der Seite, bei Prime Video, die Bewertung so ein bisschen durchforstet. Und ich glaube, inzwischen ist es so, dass man erst nach drei Tagen oder sowas in die Review schreiben kann. So irgendwie was. Oh Gott, okay. Also was ich auch gehört habe und gesehen habe, ist unter diesen, ja, so Lore-YouTube-Channelen, auch so englischsprachigen, da wurden die YouTuber auch ein bisschen dafür kritisiert, dass sie so zu lasch sind in der Kritik. Oder dass sie dann so vage irgendwie jetzt erstmal der Serie nicht wirklich was anlasten wollen und das so ein bisschen auf später verschieben. Und da wurden, also da wurden auch viele Vorwürfe, glaube ich, so laut, so nach dem Motto, ja, du wirst von Amazon bezahlt. Ja, finde ich auch krass, aber... Ja, wir werden nicht von Amazon bezahlt, wir werden von Funk bezahlt. Genau, und die haben uns nichts gesagt, wir sind ehrlich. Gut, dann würde ich mal zum Titel der Folge übergehen. Der Titel der Folge ist Treibgut, beziehungsweise im Englischen Adrift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den teutschen Titel besser, weil Treibgut hat mich an was erinnert. So heißt nämlich auch ein Kapitel im zweiten Herr der Ringe Buch. Es heißt Treibgut und Beute, aber im Englischen heißt das nicht dann Adrift und bla bla bla. Ja, da haben dann die Übersetzer und Übersetzerinnen wahrscheinlich dann gedacht, wir wollen den Trend weiterverfolgen, aber die Englischen wollten das anscheinend nicht. Ja, genau. Regie hat hier wieder J.A. Bajona geführt, über den haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Und das Drehbuch hat Jennifer Hutchinson beigesteuert. Jennifer übrigens mit G. Wow. Jennifer, oder heißt die Jennifer Hutchinson? Die war unter anderem Story Editor in der letzten Staffel von Breaking Bad. Okay, das ist positiv. Auch in der Ozymandias-Folge zum Beispiel. Ach cool, okay, alles klar. Und Produktionsassistenz bei Serien wie zum Beispiel Mad Men, Grey's Anatomy und Akte X. Also so große Drehbuch-Erfahrung hat sie jetzt auch noch nicht gesammelt. Aber ja, wie wir dann die Folge fanden, werde ich am Schluss erfahren. Ja. Aber wir steigen mal ein. Und zwar will ich jetzt auch noch mal einen kurzen Disclaimer. Ich bin mega Herr der Ringe Fan, ich kenne mich sehr gut aus wie Silmarillion und das ist so aus meiner Sicht bewertet. Ich versuche immer so ein bisschen abzuschalten dann und vielleicht auch manchmal so ein bisschen, man muss ja nicht immer so getreu sein, wenn es um Tolkien geht. Das ist ja in Ordnung, aber einfach nur, dass ihr wisst, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Und ich bin auch Fan und ich passe mich dann da ein. Ich bin auf dem Spektrum vielleicht ein bisschen weniger krass, aber genau. Doch, schon. Ja, aber manchmal verliert man sich dann, glaube ich, auch, wenn wir beide uns dann auch irgendwie die Bücher gerade erst gelesen haben und so. Deswegen, ja, seid nicht zu kritisch von uns, wenn ihr Fans der Serie seid. Wir starten mit dem Intro. Es gibt ein Intro. Es gibt nicht nur diesen Schriftzug, sondern es gibt jetzt wirklich ein offizielles Intro. Genauso wie bei House of Dragon, jetzt in der zweiten Folge droppt man das erst. Ja, vielleicht ist das so ein Ding für die Zukunft, für die ganzen Serien. Ja, wie fandest du es? Ähm, ich fand's, boah, ich, ähm, ich fand's, ich war ein bisschen underwhelmed, sag ich jetzt mal. Ähm, ich finde, es ist ganz schick gemacht. Ähm, aber ich könnte, ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, wie ein Intro zu einer Serie wie The Rings of Power aussieht. Ich finde, das ist echt schwierig. Und dafür haben sie das ganz gut gemacht. Ich hab nämlich auch noch so ein paar Infos da rausgezogen, ähm, auch so, wie das zum Beispiel, auf was das anspielen könnte. Ja. Und ich mag sowas, ne? Also wenn sowas mit Bedeutung vollgeladen ist. Ja, ich hab mir auch ein paar Notizen gemacht, so wenn man dann da Symboliken erkennt oder so. Ich würde es einfach mal, ich hab das so nach Form so ein bisschen sortiert, aber im Prinzip sieht man ja, dass so kleine Partikel, ähm, verschiedene Dinge formen und, ähm, für mich hat das am Anfang so ein bisschen gewirkt, wie früher im Physikunterricht, wenn man mit so Eisen, äh, Eisen, äh, Pulver, so Magnetfeldlinien oder sowas macht. Ja, erinnere ich mich auch dran. Wenn man den Magnet oder sowas irgendwie so hin und her schiebt. Ja, oder auch generell, ich finde, das sah aus wie so Sand, fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht, also von der so Ästhetik ganz gut gewählt. Genau, die erste Form sind neun Ringe, äh, also so neun Ringe angeordnet und da hab ich mir natürlich gedacht, vielleicht sind das die neun Ringe der Menschen, die neun Ringe der Macht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil es gibt ja eigentlich noch mehr Ringe, so sieben den Zwergen, drei den Elben und eine für Sauron, das sind ja nicht, das sind ja mehr als neun, ähm, wenn ich das richtig zusammengerechnet hab. Ja, hast du es richtig zusammengerechnet? Ja. Und ich dachte da auch dann, okay, wir sehen neun Ringe und dann dachte ich so, okay, jetzt sehen wir wahrscheinlich irgendwie die Repräsentation von jeder Rasse bei Tolkien dann wahrscheinlich, aber so ist es nicht weitergegangen, oder? Nee, 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 ich war da ein bisschen überraschend. Ja, ja, genau. Genau, aber neun Ringe der Macht, ne, aus diesen Menschen, die diese Ringe hatten, werden ja auch später mal die Nachschool werden. Ob wir die in der Serie sehen werden, bin ich auch gespannt, aber es, ähm, eigentlich ergibt's, also eigentlich spielt das alles so eher im dritten Zeitalter. Aber ich mein, ist ja schon viel verändert worden, ich bin jetzt auch, äh, gar nicht mehr so... Ich hab auch das Gefühl, man kann gar keine, äh, Vorhersagen mehr machen, weil, theoretisch, also ich fänd's sogar ganz cool, wenn man das sieht, so den Verfall der Menschen, ähm, genau, wegen den Ringen, aber... Ja, und zu den Ringen der Macht insgesamt haben wir auch schon mal ein, äh, super cooles Special gemacht, da gerne auch mal reinschauen. Die zweite Form, ähm, sind zwei Bäume und ich hab mir da gedacht, also, ne, einerseits kann das natürlich für die zwei Bäume, Telperion und Laurelin... In Balinor sehen. Genau, die man auch mal gesehen hat, die dann zerstört werden, ähm, oder was natürlich auch sein kann, was natürlich auch so ein bisschen, wo, woher diese beiden, äh, oder wo diese beiden Bäume quasi dann so auch so ein bisschen hingehen, sag ich mal, Númenor, weil in Númenor steht auch ein Baum, der wird Nimblov genannt und, ähm... Das war der Setzling eines Setzlings, eines Abbildes von einem dieser zwei Bäume. Mhm, genau. Also, ich hätt euch jetzt die ganzen Namen sagen können, aber im Prinzip ist der Baum in, äh, in Númenor mit, äh, dem anderen Baum quasi im Geiste verwandt. Und, Fun Fact an alle Peter Jackson, Filmfans, das ist ja auch das Symbol, was wir auf der, ähm, Rüstung von Aragorn sehen. Ja, genau, und auch so das, ähm, äh, das Wappen von Gondor. Genau, das Wappen von Gondor, ja, genau. Und dann wird das, dann, dann, dann wird's ganz wild, dieses Intro. Ich hab mir aufgeschrieben, Fidget Spinner. Fidget Spinner, ich hab, ich hab, ähm, beim dritten, hab ich keine Ahnung mehr gehabt, beim vierten, das sah für mich aus ein bisschen wie ein Steuerrad vielleicht. Okay. Was dann natürlich auf Númenor anspielt, weil das ist ja ein Seefahrerfolg, und dafür braucht man ja, ähm, Steuerrad. Du hast recht. Dann haben wir, ähm, als fünfte Form, ähm, eine Triskele oder irgendwelche Wellen. Und eine Triskele ist ein, äh, keltisches Symbol, also eines der ältesten Symbole, so was, was, was man heute noch kennt. Ähm, und ich find, witzigerweise sieht's so ein bisschen aus wie bei House of the Dragon, dass, äh, dieses Wappen im Intro von Rhaenyra, das hat so eine ähnliche Form. Ah, okay. Das ist, glaub ich, nicht wirklich eine Triskele, sieht ein bisschen anders aus, aber es erinnert sehr stark daran. Okay. Und, ähm, falls es eine Triskele ist, ähm, es hat verschiedene Bedeutungen natürlich, das ist auch, ne, der tausende Menschheitsgeschichte, ähm, aber so im Allgemeinen soll das für Fortschritt und Stärke stehen. Ah. Kann aber auch, ähm, Triskele, ne, Tri, Drei, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Geburt, Leben, Tod, Vater, Mutter, Kind. Uh, okay, sehr symbolisch, aber ich finde dann, ähm, Fortschritt würde ja zum Beispiel zu Kehle Brimboa passen. Oder zu Numenor auch, so ein Fortschritt und Stärke und sowas. Eben, ja, und da auch vielleicht ein Fortschritt, der einem zum Verhängnis wird, da werden wir ja auch später vielleicht in der Folge nochmal drüber reden, ähm, finde ich eine ganz coole Interpretation. Ich finde, danach wirkt es ein bisschen wie so, erst sah es ein bisschen aus wie ein Elbenschwert, fand ich. Danach, ich hab mir aufgeschrieben, Kuddelmuddel, ich erkenne da nicht mehr viel. Ah, okay. Aber ein Elbenschwert wäre natürlich, würde dann auch passen. Genau, es ist ein bisschen wie so Wolkenlesen jetzt, äh, oder dann auch so Grenzen, die, ähm, sich aufmachen, vielleicht so ein bisschen, dass, äh, dann so eine Grenze gezogen wird zwischen, ne, den Numenorern wahrscheinlich, ähm, oder auch Beleriand, was wir aber ja auch nicht gesehen haben, was abbricht, ähm, und untergeht. Ja, und dann hab ich irgendwie auch noch so einen Berg, ich hab so ein bisschen so einen Berg erkannt, da dachte ich dann auch irgendwie, vielleicht könnte das der Berg in Numenor sein, der Meneltama, das würde vielleicht auch ein bisschen Sinn machen. Der heilige Berg. Genau, der heilige Berg, den werden wir vielleicht auch noch sehen. Auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Ähm, und dann kommt ja dann schwarzer Sand, der den weißen Sand durchstößt. Ja, und das ist ja auch sehr, das ist nicht sehr subtil. Nee, das ist nicht sehr subtil. Das ist, das sind die Bösen. Genau. Ich hab aber auch schon, ähm, sauinteressante Theorien zu diesem ganzen Intro gelesen. Und zwar, ähm, dass es sich bei diesem Intro um eine visuelle Repräsentation der Ainulindale handelt. Und die Ainulindale ist quasi die Geschichte über die Schöpfung von dieser ganzen Welt. Weil, wenn ihr unser Video geschaut habt, ne, über das, äh, die Vorgeschichte, ähm, diese Welt wurde ja mit Musik erschaffen. Und es gibt so Sound-Experimente, das kann man sich auch mal auf YouTube reinziehen, ähm, mit Resonanz. Und das sieht dann ähnlich aus. Also wenn, wenn du dann, das macht auch so Form mit, mit so, äh, mit so Stoffen, wenn du irgendwie so Musik, so Frequenzen einmachst. Und das sieht auch wirklich, das ändert sich auch so, äh, so rapide. So wie im Intro. Ey, das ist ja cool. Also nach dem Motto, das ist dann die Musik, die, äh, die Ainul, wie Ada erschaffen wurde, die Welt. Und, äh, sozusagen die Musik von Howard Shore, der hat ja das, äh, genau, Title Theme gemacht, ähm, was dann letztendlich die Serie Rings of Power kreiert. Ja. Finde ich ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ob wirklich so viel da reingeflossen ist, ob das jetzt hier, äh, Deutsch 9. Klasse Interpretation ist. Aber es wäre schon ziemlich cool. Ja, also das fände ich auch ziemlich cool. Wer weiß, vielleicht gibt's da ja noch ein Interview oder so von den Showrunnern zu. Am Ende sieht man ja auch noch den einen Ring in der Mitte. Und dann wird dann auch noch die Title Card nochmal von dem Titel eingeblendet. Diesmal in Gold. Finde ich sehr, also sieht besser aus als in der ersten Folge. Ja. Musik? Fandst du gut? Fand ich gut. Ich muss sagen, also Howard Shore, das ist ja das Einzige, was er für die Serie komponiert hat. Ähm, und ich fand, das kann auf jeden Fall mit so Titelmusik mithalten. Also mit jetzt Game of Thrones oder so kann man es jetzt nicht vergleichen. Ähm, aber ich mochte es sehr. Hat für mich so sehr Atmosphäre, ähm, Atmosphäre gesetzt am Anfang. Ich fand nur so bis aufs Ende, das Ende. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr ganz daran erinnern, wie es klingt, aber ich hab mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich das Ende, wenn dann so der Titel reinkommt, da find ich's dann nicht mehr so cool. Ah, okay. Aber ich bin gespannt, ob sich das so über die Zeit, so wie bei Herr der Ringe, also ich weiß nicht, wie es damals war, ob ich so direkt nach dem ersten Mal schauen auch schon diese Musik so im Kopf hatte, ob das hier auch so passieren wird. Ja, das ist halt die Frage, ne? Das ist voll spannend, das Thema mit so Soundtrack, auch jetzt zum Beispiel bei so, wenn man drüber nachdenkt, okay, was sind die krassesten Soundtracks der Filmgeschichte? Das ist immer John Williams, alles von John Williams. Genau, eben, ja. Ich finde halt auch so Hedricks Theme oder sowas. Ja, das werde ich, glaube ich, auch immer noch im Kopf haben. Ich weiß nicht, ob es dann so heraussticht, die Musik, werden wir sehen wahrscheinlich. Ja. Und nach dem Intro kommen wir in das Meer, in das trennende Meer, wo Galadriel immer noch herumtreibt, weil sie ja von dem Boot runtergesprungen ist. Ja, wir starten da, wo wir aufgehört haben, ne? Ja, und sie schaut zu den Sternen hinauf und, ne, Sterne sind super wichtig für Elben, habe ich ja schon das eine oder andere Mal gesagt. Und ich habe mich überlegt, guckt sie vielleicht in die Sterne, also, ne, um so Hoffnung zu schöpfen oder sowas, oder so Kraft? Oder nutzt sie das vielleicht sogar als Navigation? Stimmt, das würde natürlich Sinn machen, oder auch vielleicht, ne, um so den Kopf über Wasser zu halten, um nichts zu ertrinken. Ja. Ich habe mich da auch direkt gefragt, wie lange sie so schwimmen kann, weil das wird natürlich ein langer Weg, wenn sie dann wieder zurück nach Mittelerde schwimmen will. Ja, das hat, ich habe auch so ein, zwei Kommentare gelesen, das fand ich ganz witzig. Ich finde es, dass die es schade fanden, dass nicht Amazon die Eier dazu hatte. Oder sie die ganze Serie überschwimmen lassen. Ah, so ein bisschen wie bei Gendry bei Game of Thrones. Genau, dass sie erst ganz am Ende von der Staffel ankommt in Mittelerde. Ich glaube, das würde mir auch gar nicht so viel nehmen, weil ich finde auch ihren Charakter, da wollte ich auch gleich nochmal was ein bisschen zu sagen, finde ich auch im Uninteressanten bisher. Obwohl sie ja so die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren ist, aber ich finde, sie ist ein bisschen unsympathisch. Aber naja, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden. Ja, können wir gerne machen. Und ich habe mich gefragt, glaubst du das, ob Elben unterkühlen können? Weil die ist ja wirklich sehr lange in diesem Meer drin. Das habe ich mich auch gefragt, weil ich glaube, das ist dann auch so eine Sache jetzt bei Elben, weil die einfach auch krasser sind als Menschen, dass wir das gar nicht so anwenden können, all unser Wissen. Und über sie wird ja auch gesagt, sie ist einer der größten und stärksten Elben überhaupt gewesen. Das heißt, würde schon Sinn machen, dass sie davon nicht so viel mitträgt. Und ganz wichtig, was man auch sieht, sie ist auf jeden Fall kein Stein, weil Steine gehen im Meer unter, haben wir in der ersten Folge gelernt. Ich interessiere mich mega für Astronomie, aber ich kann die überhaupt nicht, mit so Sternenhimmel, ich weiß noch, was der große Wagen ist. Falls ihr da draußen irgendwie Astronomie-Nerds seid oder sowas und irgendwas aus diesem Sternenhimmel rausziehen könnt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal mega interessieren, ob das vielleicht mit Sternenbildern von unserer Welt, also ich meine, Mittelerde ist ja quasi wie so eine Vorgeschichte für unsere Welt. Das stimmt. Deshalb müsste ja der Sternenhimmel auch ähnlich sein. Aber könntest du das, könntest du dir das vorstellen, dass du so, dann vielleicht sogar so ein bisschen der Polarstern, das weiß man ja so ein bisschen, ist Orientierung für den Norden, oder? Nicht, na, nee, nee. Nee, gar nicht. Okay, hoffen wir mal, dass du nie ins Wasser fällst. Das ist die Light Pollution, da sieht man dann eh nichts. Ach stimmt, ja. Deshalb konnte ich mein Auge nicht schulen. Alles klar. Ja, ich würde da schon zur nächsten Szene übergehen. Und zwar gehen wir nach Rovanion zu Nori. Nori und Poppy treffen auf den Meteor-Mann und kümmern sich um ihn. Und ich habe noch eine Sache vergessen in der letzten Folge zu sagen und da würde ich gerne mal gesagt haben, dass ich Poppy sehr mag eigentlich. Ja. Ich finde die so als Figur, ich finde die irgendwie sympathisch, die gefällt mir irgendwie. Ja, doch, sie ist so ein bisschen ein cooler Gegenpart zu Nori, die ja mehr so dieses Protagonisten-Ding hat. Sie will irgendwie was erleben und Poppy will halt einfach, sie hat keinen Bock. Das finde ich auch manchmal sehr sympathisch. Poppy ist so ein bisschen wie ein Grumpy-Sumboise-Gum-Cheese ein bisschen. Ja, sehe ich, sehe ich. Es gibt auch eine wichtige Info, die jetzt schon gedroppt wird, was natürlich auch wieder so Theorien über Theorien hervorbringt. Und zwar stolpert ja Nori in diesen Krater rein und sie sagt, dass das Feuer des Meteors nicht brennt. Und wir sind jetzt wieder beim Omen-Counter, wie letztes Mal. Bestimmt. Ist das jetzt ein gutes Omen oder ist das ein schlechtes Omen? Also ich würde ja sagen, es ist wahrscheinlich ein schlechtes Omen, weil wir erinnern uns, in der ersten Folge war ja Galadriel mit ihren Elben-Friends da oben im Norden unterwegs und in der ehemaligen Festung Morgoth. Und da waren die Fackeln auch nicht warm, weil genau sozusagen das Böse da so gewaltet hat, dass das Feuer nicht mehr warm ist. Und deswegen würde ich sagen, es deutet darauf hin, dass der Meteor-Mann auch nicht gut ist. Sondern eher Böse. Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Ich bin mir auch einfach nicht sicher. Ich meine, die Serie spielt ja auch so ein bisschen damit, dass du einfach nicht weißt, was jetzt Sache ist. Das hat mich nämlich an eine Begebenheit erinnert. Da habe ich auch erst gedacht, war das jetzt in Herr der Ringe oder war das in Game of Thrones? Aber es war in Game of Thrones. Stannis Baratheon hat ein Schwert namens Lichtbringer wird das genannt. Und da wird auch so gesagt, dem wohnt so ein Feuer inne und es soll glühen, einfach so, weil es so ein krasses Schwert ist. Aber in den Büchern wird dann so erklärt, dass das leuchtet zwar, aber es hat keine Wärme. Also nicht die Hitze, als ob das einfach nur so ein Betrug ist. Okay, alles klar. Ja, so ein bisschen Melisandre war ja auch ein bisschen betrügerisch unterwegs. Ja, genau. Passt ja dazu. Und genau zum Meteor-Mann. Da werden wir auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil es geht hin und her. Ist er gut, ist er böse? Aber ich finde es auch ganz gut, dass die Serie das offen lässt. Ich hoffe, es bleibt vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wir merken ja auf jeden Fall, dass er irgendwelche magischen Kräfte hat, weil er ja dieses Feuer um sich oder die Umgebung um sich irgendwie so telekinetisch beeinflussen kann. Ja, er schreit auch sehr viel, also er scheint sehr beunruhigt. Und dann biegen sich die Bäume und dann, ich fand das sehr cool, weil er saugt ja dann so das Feuer ein und lässt es dann wieder los. Das fand ich auch sehr cool. Er scheint, glaube ich, auch ein bisschen erschöpft zu sein davon einfach, dass er auf die Erde gekracht ist. Ich meine, das war ja im Prinzip auch so ein bisschen so wie eine Geburt. Und ich meine, Kinder schreien ja auch bei einer Geburt. Stimmt, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe noch kein Kind. Ich auch nicht. Genau, aber Nori möchte ihm ja auch helfen da. Dann gibt es ja so einen ganz coolen Dialog und Poppy sagt dir dann halt so, ja, du musst nicht jeden retten, aber Nori fühlt sich irgendwie für ihn verantwortlich. Es gibt auf jeden Fall auch so eine Einstellung, die wird später nochmal wiederholt, wie sich so ganz nahe Einstellungen von dem Meteor-Mann mit den Augen und von Nori, und das kommt später nochmal in der Folge vor, ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht auch jetzt noch wichtig werden, vielleicht für die Zukunft einfach so dieses gegenseitige Erkennen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er seine Kräfte noch nicht so richtig kontrollieren kann. Ja. Vielleicht ist er ein Zauberer, vielleicht kann er seine Kräfte noch nicht so kontrollieren, weil er irgendwie so frisch in die Welt reingekommen ist, keine Ahnung. Ja, genau. Und dann sehen wir ja auch dann wieder die Haarfüße und Cedric Burroughs sagt, dass ein Stern gefallen sei. Ein Fallstern. Ja, genau. Also zumindest, wir haben das mit diesen Screenern angeschaut, das war in Englisch mit einem deutschen Untertitel, ich habe das jetzt nicht nochmal bei dem hier extra nachgeschaut, aber da stand im Untertitel auf jeden Fall Fallstern. Ah, okay. Ich habe es aber auch nochmal auf Prime geguckt und ich glaube, da sagt er einfach nur, ein Stern sei gefallen, aber ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher. Ja. Und ich finde, dann sagt er ja diese eine, ich nenne sie die Schicksalsschwestern, weil sie mich irgendwie an so die Schicksalsschwestern aus der griechischen Mythologie erinnern. Ja, wie viele Zeichen brauchst du noch? Und das habe ich mich auch gefragt, wie viele Zeichen brauchen wir noch? Wegen unserem Zeichen-Counter. Ja. Ja, ich denke mal, das gilt wohl eher als schlechtes Zeichen bei denen. Sie wollen ja weiter und dieses Fest dann ausfallen lassen, dieses große Fest. Das Erntedankfest. Ja, vielleicht sind das diese Jultage. Das ist bei denen ja quasi wie so der wichtigste Feiertag für die Hobbits und wie so ein Silvester. Ja, genau. Wird auch ein bisschen so. Die bereiten ja auch alles vor, irgendwie in diesen Szenen für dieses Fest. Ja. Und sie transportieren den Meteoroman ab und sie sagen ja, dass er ganz schön blutet. Was auch wieder ein sehr interessanter Hinweis ist, weil, ähm, also, sie reden ja auch darüber, dass es ja auch kein Mensch sein kann, kein Hobbit, was weiß ich alles, weil er einfach nicht zerquetscht worden ist. Kein Elb, weil er nicht so schön ist und nicht die Ohren dazu hat. Und ich habe mir überlegt, ob wir das vielleicht nachher bereden. Ja, ja, das ist nachher bereden. Ähm, und genau, ich meine, das ist ja wie bei den Hobbits im Auenland, irgendwie so Fremden zu helfen, ist jetzt nicht so deren Ding. Die sind ja so eigenbrötlerisch, die bleiben ja eher für sich. Genau. Ich fand aber dann auch ganz lustig, sie hat, sie sagt ja dann auch noch am Ende, also Nori, sie hat einfach das Gefühl, dass er wichtig ist. Das, da dachte ich mir auch so, okay, ja, ist ja klar. Er ist halt mit einem Komet hin auf die Erde geklappt. Ich habe nochmal geguckt, das ist kein Komet, es ist auf jeden Fall ein Meteorit. Ah, okay, aber gibt es da, du bist ja Astronomie-Experte. Ich bin jetzt kein Experte, ich wusste, dass es irgendwie ein Asteroid, Meteorit, Meteor, Komet und sowas, aber wenn ein Stein auf die Erde draufknallt, meines Wissens, ist es auf jeden Fall ein Meteorit und dafür steht auch das Id hinten dran. Wenn Meteor, glaube ich, nicht auf die Erde knallt und auch nicht so groß ist, wird es halt Meteor genannt. Asteroid ist, glaube ich, nochmal größer und Komet. Komet ist ja dann eigentlich nur, wenn er gar nicht auf die Erde kracht, oder? Weil man sagt ja immer, der Komet, und er hat dann eine Umlaufbahn und dann sieht man ihn. Das ist jetzt, halb Wissen, vielleicht hat ein Komet immer noch einen Schweif, weil man sagt ja auch Komet einen Schweif. Ah, stimmt. Keine Ahnung. Falls ihr das besser wisst, gerne einen Kommentar. Schreibt mal einen Absatz über das alles drüber, bitte. Und wir wechseln von Rovanion in den Süden, in den Südwesten, nee, Südosten. Nach Hordern und wir sehen wieder unser Lieblingspaar Bronwyn und Arondir. Die untersuchen das zerstörte Hordern und Arondir folgt einem Geheimtunnel, während Bronwyn ihr Volk warnt. Und ich fand, ich fand, ich mag diese Transitions, ja, ich kann nicht mehr sprechen. Ich mag diese Transitions eigentlich. Da gibt es auch so eine richtig schöne Transition von dieser vorherigen Szene zu dieser Szene. Und generell finde ich, dass oft auch die Serie handwerklich wirklich gut gemacht ist. Ja, das stimmt. Du merkst halt schon, dass da viel Zeit und viel Herzblut reingefossen ist. Genau, und viel Geld. Und sehr viel Geld. Ja, das finde ich, merkt man schon. Auf jeden Fall. Ja, die Erde ist mit Rissen durchzogen. Es gibt keine Leichen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Info, die gesagt wird. Sie sagt ja auch, sie kannte die Leute, die da drin gewohnt haben. Hana und Kiernan. Ja. Genau, und vielleicht treffen wir die auch nochmal, die beiden. Oder glaubst du, die sind tot? Die sind tot, oder vielleicht sind die auch in so, für diese Ork-Experimente irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal sehen können. Okay, ja. Wie sind sie auch, White Walker? Ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob die wirklich diese Orks, finden wir heraus, ob die wirklich durch den Tunnel kommen, einfach um so ein bisschen undercover zu agieren, und dass nicht alle Völker direkt so alarmiert sind. Und ob die dann wirklich auch diese Tunnel gegraben haben. Weil es gibt noch eine Sache bei Tolkien. Wehrwürmer. Wehrwürmer. Die sieht man in Hobbit in der Extended-Fassung. Das sind die, die aus dem Boden rauskrachen. Ja, doch. Die sind quasi wie so Sandwürmer aus Tunes, relativ groß. Und die haben das gegraben. Ich erinnere mich. Ich glaube aber nicht, dass die hier eingesetzt werden. Ich kann mir schon, ich stelle mir da die Orks. Ich wollte es nur erwähnen. Das stimmt, der ist schon sehr cool. Aber ich finde, das würde ja sogar Sinn machen, weil wir wissen ja auch, dass die Orks sich vor der Sonne schützen müssen. Ja. Und die tragen ja auch, das sehen wir später dann in der Szene ja auch noch, ohne jetzt zu viel vorweg zu greifen, diese coolen Tierschädel. Und man sieht ja auch bei dem Ork, den wir in der Folge sehen, ja auch, dass er vielleicht ein bisschen zu viel in der Sonne schon gechillt hat. Ja. Und genau, das finde ich würde Sinn machen, dass sie so ein bisschen im Untergrund agieren. Und dann, ja. Ich habe mich auch gefragt, das hat ja auch so ein bisschen gebrannt und diese Risse in der Erde. Also ich kann mir nur so zwei Sachen vorstellen, was das ausgelöst haben könnte. Einerseits eine Form von Magie, das wurde ja auch schon so etabliert mit, ne, die haben ja getestet. Schwarze Morgul-Magie. Zum Beispiel. Oder andererseits, wir haben ja auch schon in einem der Trailer erfahren, dass ein Balrog vorkommen soll. Ja. Das könnte natürlich auch noch sein. Aber das wäre auch schon krass, wenn so ein Balrog so ein Dorf in den Südlanden zerstört. Ich glaube es auch nicht wirklich, aber ich wollte einfach Balrog sagen. Okay. Ja, und ich habe mir auch so überlegt, ich kann mir vorstellen, dass diese Leichen für irgendwelche Experimente für Magie oder sowas benutzen. Ja. Oder so ein bisschen wie bei War of the Worlds, wo dann die Menschen so zu Alien-Smoothie verarbeitet werden quasi. Mhm. Ja. Gute These. Ja, sollen wir dann weiter? Ja, gerne. Dann gehen wir ganz weit, noch nicht ganz weit, wir gehen schon ein bisschen weit in den Westen, nach Eregion. Und hier erfährt Elrond von Celebrimborgs Plan und er soll ihm helfen. Ja. Eregion. Wir sind zum ersten Mal Eregion. Das ist bisher immer nur so ein Wort gewesen, das ich gelesen habe und da musste immer meine Fantasie quasi herhalten. Es ist wahrscheinlich die Stadt Ost in Edil. Edil, ne? Ja. Festung der Eldar. Also quasi im Prinzip Festung der Elben. Genau. Da ist mir auch aufgefallen, es gibt so viele Eröffnungsszenen. Also es gibt so viele Shots von Städten, das ist echt krass. Wirklich in jeder Folge, mindestens fünf bisher. Aber ich finde die immer gut. Ich finde die auch gut, aber ich habe das jetzt nochmal mit meinem Freund geguckt, der das auch das erste Mal gesehen hat und der hat irgendwie, ihm ist was aufgefallen, was ich ganz spannend fand, der hat gesagt, dass da nie, du siehst nie Personen oder Leute, was er ja auch immer. Also in der Straße. Genau, in der Straße, die irgendwie umhergehen oder so. Und ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Und ich finde, deswegen sehen diese Eröffnungsszenen vielleicht für mich persönlich auch ein bisschen, ja, so künstlich aus. Also natürlich ist das mega gemacht, das sieht richtig krass aus. Ich finde auch, wie du letzte Folge gesagt hast, die Shots ficken Mütter. Aber manchmal denke ich mir so, irgendwie kaufe ich den nicht ab, dass das wirklich eine reale Stadt ist, wo Menschen drin wohnen oder Elben. Du meinst, du hättest gern diesen Establishing-Shot gehabt, aber dann vielleicht noch so zwei, drei so in den Straßen, so ein bisschen nähere Shots. Genau. Das haben wir ja zum Beispiel auch bei der Hobbit gemacht, wo die uns zum Beispiel Erebor vorgestellt haben. Und das finde ich auch, klappt im Casa Doomshot später viel besser. Stimmt, ja, da sind wir auf jeden Fall Zweige sehen. Ja, genau, Ost in Edil hätte ich jetzt auch gesagt, am Fluss Sirannon. Und den Fluss sieht man übrigens auch. Ich mag das immer so, wenn man so Verbindungen zu den Filmen ziehen kann. Diesen Fluss sieht man vor dem Tor von Moria. Das ist quasi dieser angestaute See, der wird dann mal irgendwann angestaut. Cool, ja. Wo ja auch der Wächter drin sitzt. Ja, wir erinnern uns. Und Ost in Edil, diese Stadt, wo wir eigentlich in der Traileranalyse gedacht haben, dass das Númenor ist. Ja, stimmt. Oder eine Stadt in Númenor. Da hatte ich noch irgendwas von der Architektur erzählt. Wirklich auch alle Thesen aus dem Trailer sind jetzt im Müll. Aber naja. Aber wir haben super viel auch richtig gehabt. Das stimmt, ja. Ja, genau. Ursprünglich wurde diese Stadt von Galadriel und ihrem Mann Celeborn gegründet. Aber wir wissen ja, dass das alles ein bisschen noch mal abgeändert wurde. Galadriel ist Single. Galadriel ist anscheinend Single, genau. Und es wirkt eher so, als ob Celebrimbo diese Stadt gegründet hätte oder so. Ja, er ist ja auch schon so alt besetzt, der Schauspieler. Das würde Sinn machen, dass er vielleicht auch so eine Stadt gegründet hat in seiner Lebenszeit. Ja, und in dieser Stadt haben Elben auch immer wieder Handel betrieben mit Zwergen aus Moria. Und haben ja auch eine Freundschaft begründet zwischen diesen beiden Ebenen, die genau nirgendwo anders in Mittelerde zu finden war. Und das ist ja auch, das wird ja auch später nochmal wichtig mit der Freundschaft zwischen Elrond und Durin. Und in dieser Stadt gab es übrigens eine Bruderschaft, die wurde Guaif-i-Mirdain genannt. Und die wurde von Celebrimbo gegründet und das waren quasi so diese krassen Schmiede. Ja, das finde ich auch alles ziemlich cool. Ich hoffe, das sehen wir auch noch in der Serie. Ja, auf jeden Fall. Und wir gehen auch direkt rein in Celebrimbo's Stube. Stube, Bastelstube. Und wir sehen Fernors Hammer. What the fuck? Oh mein Gott, Lore. Das ist das, was wir hier in der ersten Folge vermisst haben. Diese ein, zwei Infos, die sie gerne noch droppen hätten können. So, Feanor, Silmaril, jetzt wissen wir, das hätten die auf jeden Fall irgendwie erwähnen dürfen. Das stimmt. Vielleicht wollten sie auch die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht überfordern. Du meinst, dass das immer so ein bisschen so ein Stückchen... Ja, ich hoffe. Aber ich freue mich über den Happen, den sie uns hinwerfen. Ja. Genau, wenn er redet ja auch relativ viel von Feanor und den Silmarils. Genau, das ist ja sein Großvater. Und, ja genau, er war ja der berühmteste Elbenschmied, den es je gab. Und hat die Silmarils, wo ja auch das Silmarion nachbenannt ist, erschaffen. Mhm. Toller Moment. Die müssen ein, zwei Worte droppen und ich bin zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe auch irgendwie dieses Zitat von Caleb Rimboa, True Creation requires Sacrifice. Also habe ich jetzt auf Englisch geguckt. Ja. Das fand ich dann so eine schöne Analogie auch zu den Ringen der Macht. Ja. Genau. Und charakterisiert ihn ja auch schön als jemand, der auf jeden Fall Großes vorhat, sehr ehrgeizig ist und so. Ja. Es gibt übrigens noch so eine Analogie. Und zwar sagt Elrond, wie ein einziger Gegenstand so viel Schönheit hervorbringen kann und so viel Schmerz. Das hat mich nämlich an ein Zitat von Borum erinnert, der sagt, ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden, wegen eines so kleinen Dinges. Ja. Und das finde ich auch sehr cool, weil dann geht es ja auch darum, dass Morgoth selbst von der Schönheit der Silmaril fast so beeinflusst ist, dass sein Herz sich ja zum Guten hin hätte wenden können. Ja. Weil er dann so in diesen Anblick der Silmarils geblickt hat. Und ich fand, das ist ja nicht Kanon, diese Geschichte. Das ist überhaupt nicht Kanon. Genau. Fand ich aber an der Stelle nicht schlimm, weil es gibt ja eine andere Geschichte, wo gezeigt wird, dass Morgoth von Schönheit auch beeinflusst wird. Das hat ja dann auch wieder mit Bärin und Luthien zu tun. Aber ich fand, das ist eine sehr schöne Non-Kanon-Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also es hat mir irgendwie auch gefallen. Ich meine, das kann ja auch so eine Legende unter den Elben sein. Du musst ja auch nicht immer davon ausgehen, dass Silmarillion ist ja das eine und wie dann diese Völker das quasi so interpretieren, ist ja die andere Sache. Ja. Ähm, genau. Und ich finde auch, dass Celebrimbo eine der interessantesten Figuren ist bisher. Also irgendwie weibe ich mit ihm. Stimme ich dir zu. Ich mag auch diese typische, das ist ja auch für das Fantasy-Genre relativ typisch, so diese Technik und Fortschrittskritik. Ähm, da freue ich mich auch total drauf, wenn das noch ein bisschen mehr hervorkommt, dieses Thema. Ja. Vielleicht, dass dann Celebrimbo aus Ehrgeiz ihm zu Verhängnis wird. Ja. Oder dann auch so die Gier der Zwerge ihm zu Verhängnis wird und so weiter. Also. Ja, aber auch dieser Ehrgeiz, diese Leidenschaft, ich finde, das macht halt ihn so als Figur so interessant. Und das, ähm, es wird auch immer wieder beschrieben, dass in seinem Großvater so ein Feuer gebrannt hat. Mhm. Und dass durch dieses Feuer auch zum Beispiel seine Mutter gestorben ist, weil das war halt so krass, diesen Typen zu gebären, dass sie danach einfach gestorben ist oder halt nicht mehr leben wollte, dass sie alle ihre Lebensenergie genommen hat. Und ich finde, das, das bringt mir schon ein bisschen rüber. Ja, diesen Funke, der ist auf Celebrimbo auf jeden Fall übergesprungen. Ähm, denn, ähm. Achso. Ja, nee, sag gerne. Achso, ja. Und ich finde es schön, wie er sagt, dass die Elben Krieg nach Mittelerde gebracht haben und er will jetzt Schönheit nach Mittelerde bringen. Das ist eigentlich auch ein voll schöner Gedanke. Ja, auf jeden Fall. Und da wird ja dann auch nochmal die Ambivalenz, die uns ja ein bisschen gefehlt hat in der ersten Folge, dass die Elben so perfekt sind oder so, dass der Sippenmord da auch ganz ausgelassen wurde. Das spricht er hier ein bisschen an, dass auch die Elben nicht so friedfertig und perfekt sind, wie jetzt sie vielleicht die Serie dargestellt hat in der ersten Episode. Ähm, aber er möchte ja, um diese Schönheit zu erschaffen, einen Turm bauen. Genau, er will einen Turm bauen. Er will einen großen Ofen bauen. Und was könnte er wohl darin schmieden wollen? Das ist die große Frage. Frag mich, wie die Serie heißt. Ja, er sagt nämlich auch, er will irgendwas mit, ähm, mit wahrer Macht erschaffen. Und, ähm, da hab ich mich auch gefragt, ne, das ist so die Silmaril. Die hatten ja irgendwie nicht so diese, diese, die hatten diese Macht der Schönheit, dass jeder die haben wollte, aber die hatten nicht so diese Macht wie der eine Ring, der einfach kontrollieren kann. Also ich, vielleicht hatten die ja auch noch so eine Zusatzmacht, aber im Prinzip waren die einfach unzerstörbar und mega schön. Das stimmt, ja. Und, äh, Morgoth wollte die haben und die waren dafür verantwortlich, dass diese ganzen Kriege gab. Aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen dieses, irgendwie die Schönheit, die auch nicht vergehen soll, weil die Elbenringe ja zumindest auch, äh, das zu gefördert oder das gefördert haben, dass ja auch die Elbenreiche länger dauern und ewig dauern. Und ich glaube, das könnte ja auch ein, ähm, ja, Vorhaben von Kele Brimboer sein. Vielleicht ja auch so diese Schönheit, die er jetzt auch in den Regionen sieht oder so, dass die länger währt. Ähm, ja, kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Ich habe auch eine mega interessante Theorie, ähm, gelesen, also wir wissen ja auf jeden Fall, Kele Brimboer ist der Schmied der Ringe der Macht, das, ja, ist klar, ähm, aber dass diese Szene aus der ersten Folge, wo die diesen Ork, der so in der Wand drin ist, wo die gefragt haben, was ist hier passiert, schwarze Magie und sowas, dass, ähm, dass, äh, vielleicht Sauron selber Ringe der Macht erschaffen wollte, aber das nicht so wirklich geschafft hat. Ah, okay, das würde natürlich Sinn machen. Ja, das ist mega interessant. Ja, das... Das habe ich, äh, ähm, auch irgendwo auf Reddit gelesen. Ah, cool. Und ja, Elrond soll ja dann Kele Brimboer helfen, diesen Turm zu erbauen, weil Kele Brimboer sagt dann ja, dass er eigentlich eine, keine Ahnung, eine Brigade an Elben von Gagalat haben möchte und Gagalat ist und bleibt ein Arschloch, weil er hat gesagt, wir haben leider... Der bringt, der schickt nur einen. Genau, frage ich mich auch, wieso? Ich meine, es sind noch Friedenszeiten, wieso haben die keine, keine, wieso können die es denn nicht entbehren, frage ich mich. Und eine Sache hat mich auch gefragt, er sagt ja, dass das bis Frühling fertig sein muss. Ja. Warum hat er, warum muss er jetzt hetzen? Das ist ein fucking Elb, der hat Jahrhunderte, Jahrtausende Zeit, das zu tun. Das frage ich mich auch wahrscheinlich, weil dann die Serie nur bis Frühling geht. Ähm, ja. Aber vielleicht, ne, ich meine, es ist ja so dieses innere Verlangen, dass das fertig ist. Ähm, ja, genau. Und dann, liebe Xenia, kommen wir, glaube ich, zu deinem Lieblingsteil. Ja. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, darüber reden zu können, weil Elrond schlägt dann auch vor, hast du schon mal überlegt, dass wir Personen außerhalb unserer eigenen Rasse befragen könnten, die uns helfen können. Ja. Er ist quasi Gastarbeiter will er engagieren. Ja, ich hoffe, dass er die gut bezahlt, denn wir sehen dann wieder die Karte und zwar, die ist dann gar nicht so weit unterwegs, also wir sind nicht so weit unterwegs, denn direkt nebenan liegt eigentlich Khazad-Dum und Khazad-Dum war ja die größte aller Zwergenstädte. Später ist das ja das verlassene Moria in den Filmen und die Stadt wurde gegründet von Durin I und der letzte Zwergherrscher in der Stadt war Balin, den kennen wir auch aus den Hobbit-Filmen, der war einer der 13 Weggefährten von Turin Eichenschild. Ja, und das Balin ist dieser arme Typ, der dann so angestrahlt wird von diesem Lichtschein in die Gefährten. Genau. Das heißt, wir wissen eigentlich auch schon ein bisschen, wenn man die Filme auch gesehen hat, dass ja Khazad-Dum, ja, nicht so gut geht. Irgendwann gibt es einen ganz schönen Absturz. Ja, genau. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Also ich muss ganz, ganz kurz, um das einmal zusammenzufassen, ich fand alles, was jetzt gezeigt wurde von Moria, alles mit den Zwergen, fand ich wirklich großartig. Und dieser Zwergen-Soundtrack, der Soundtrack, der kam, fand ich ebenfalls, auch die Visuals, so wie es außen aussieht, das ist einfach schön, einfach schön. Voll. Da ging mein Herr der Ringe Herz wieder richtig hoch. Ja, meins auch. Ich habe auch den Soundtrack so geballert, als ich das Skript geschrieben habe. Ja, und man sieht ja erstmal so eine Wasserfalleinstellung, so ganz viele kleine Wasserfälle, die so über Steine hüpfen und Elrond und Celebrimbo unterhalten sich dann darüber, dass eine Allianz mit den Zwergen die diplomatische Errungenschaft des Jahrtausends wäre. Ja. Das stimmt auch so im Prinzip, wenn man weiß, zum Beispiel im ersten Zeitalter waren die Elben und die Zwerge schon mal verbündet und haben teilweise auch zusammen gegen Morgoth gekämpft. Genau. Aber irgendwann gab es auch so eine Aktion, da haben dann Elben Zwerge abgemurkst und andersrum und ich meine, da ist ja dann wahrscheinlich noch relativ viel. Das waren jetzt auch nicht Zwerge aus Moria, das waren Zwerge aus zwei anderen Städten, aber viele von diesen Zwergen sind dann später auch nach Moria gekommen. Ja, genau. Und das vergisst man ja nicht so schnell. Nachdem Balerian dann untergegangen ist, ja. Und es war dann auch, also ich will jetzt auch nicht so zu tief in die Geschichte dann absteigen, aber die haben basically dann einen Elbenkönig umgebracht, auch wegen einem Gegenstand, so einer Art Halsband, was sie geschmiedet haben. Lauglamir. Genau, für den Bruder von Galadriel, für Finrod, den haben wir auch schon gesehen. Und genau, dann dort war nämlich ein Silmariel eingesetzt oder die sollten ihn da einsetzen und dann, nachdem sie das fertiggestellt haben, fanden sie aber die Schönheit dieses Gegenstandes so toll. Ein bisschen wie der Arkenstein in der Hobbit. Ja, genau. Und dann wollten sie eben das Halsband behalten und ja, so einen Elbenkönig zu ermorden, ist natürlich keine gute Sache. Einen Elbenkönig zu ermorden, der mit einer Maya zusammen ist. Das auch noch. Aber auf jeden Fall kann man sagen, die beiden Rassen teilen sich ja so eine Liebe zur Handwerkskunst. Also vor allem die Noldor-Elben, zu denen ja auch Celebrimburg gehört. Genau. Und die Zwerge. Genau, und das merkt man dann auch. Auch Elrond bezeichnet dann Durin IV. als seinen langjährigen Freund. Und Celebrimburg sagt auch, dass er die Zwergen sehr schätzt, für ihre Kunstfertigkeit, den Stein zu bearbeiten. Ich mag, dass das Celebrimburg so begeisterungsfähig ist. Ja, eigentlich sind die Elben ja immer so, ne, so cool, ne, ich hab schon alles gesehen. Ich war in Valinor, hab die zwei Bäume gesehen, du hast gar nichts gesehen. Ja. Aber der ist noch so richtig da, wie gesagt. So bodenständig, ne? Ja, und auch so dieses Feuer. Und er will auch erst so lernwillig. Also man möchte halt eben auch lernen von, ne, anderen Eindrücken und so weiter. Und, ähm, genau, freut sich eigentlich so die Zwerge kennenzulernen. Elrond sagt dann auch, Durin, wie er ihn kennt, seinen alten Bro, der würde ihn mit offenen Armen empfangen und genug Malzbier. Ich hab irgendwie auch die Übersetzung, ja, empfangen, um den Anduin zu erfüllen. Das fand ich auch sehr cool. Ja. Und dann gibt's dann so einen Zwerg, der durch dieses Kuckloch blickt. Ich hab übrigens versucht, diese Tür zu entziffern, diese Zwergenrunen. Ah, diese Kirtrunen? Ja. Ja, und? Hast du da was herausgefunden? Also ich hab Buchstaben herausgefunden, aber so zusammen ergeben die gar keinen Sinn. Oh. Ich glaube aber auch, da hat dann wahrscheinlich das, ähm, Department, was für die, äh, Props zuständig war, wahrscheinlich einfach nur irgendwas rangekritzelt, oder? Oder ich hab's einfach nicht richtig übersetzt. Ich hab aber später noch, da gehen wir nachher drauf ein, äh, Durin trägt auch so ein, ähm, so ein, äh, so ein Oberteil, wo auch so Ruhnen drauf sind. Ja. Und das hab ich übersetzen können. Ah, cool, okay, da freu ich mich drauf. Ähm, auf jeden Fall wissen wir auch hier, dass wir ja an dem Westtor von Casa Doom sind. Äh, was wir ja später auch in, aus den Herr-de-Ringe-Filmen kennen und was ja später Kehle Brimboa eigentlich auch noch gestalten wird. Mhm. Ähm, genau, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, aber, ähm, genau, weil ich erst so ein bisschen verwirrt war, aber ich dachte mir so, okay, wahrscheinlich ist es noch nicht, das Original-Tor, was wir dann kennen. Ja, das hab ich mich auch gefragt, weil, ne, dass der dann gleich sagt, so hier, Melon. Mhm. Ähm, und er sagt ja auch davor, das war wahrscheinlich auch so ein Anspruch, nun gut, mein Freund. Ja, ja, das stimmt. Dann geht er jetzt zu der Tür, ja. Ja, das stimmt, das fand ich auch ganz nett, das war so ein kleiner Augenzwinker, genau, und Kürtrunen sind dann eben dort eingemeistert, hast du ja eben schon gesagt, du hast versucht, das zu entziffern. Okay, ich hab gelesen, Hulka Uzoraganai Masarbas. Wow. Dann hatte ich keine Lust mehr, weil das hat alles keinen Sinn ergeben, weil, ne, teilweise fängt das ja dann hier so eine Rune an und hier und liest man das dann zusammen oder geht das dann so, das war ein bisschen verwirrend. Stimmt, aber jetzt. Deshalb bin ich leider nicht so firm. Okay, aber wer weiß, vielleicht hat das ja auch irgendwer anderes herausgefunden, ne, gebt uns gerne Bescheid. Kommentare. Genau. Ähm, genau zu diesen Kürtrunen, da hab ich auch gelesen, dass es ja eigentlich ein Elbenalphabet ist, was aber von den Zwergen auch genutzt wird. Mhm. Wir kriegen dann aber auch mit, dass die noch... Und übrigens, Feanor, Kalibrumbas Großvater, der da quasi auch Teng war, diese Schrift, diese schöne Elbenschrift erfunden. Ja. Ja, ah, okay. Und die Palantir. Genau, ja. Palantiri auch. Palantiri. Hat denn alles gemacht. Ja, der ist halt schon krass. Deswegen, ich verstehe auch, dass Kalibrumbas so ist, boah, ich muss jetzt auch mal was Krasses machen. Ähm, naja, also auf jeden Fall kriegen wir mit, die werden doch nicht so freudig empfangen wie gedacht, weil, äh, der Zwerg ihnen die Tür versperrt und auch sagt eben, dass, dass eine Anweisung von Durin, dem Vierten ist. Mhm. Ähm, und dann beruft sich Elrond auf den Sigintarak-Brauch. Ritus der Sigintarak, ja. Genau, um Eintritt zu erlangen, ähm, da hab ich dann mich mal informiert und der Erbrauch wurde für Rob, Rings of Power sich ausgedacht, ähm, aber auf der Zwergensprache Kustul heißt Sigintarak Longbeard, was ja auch der Beiname ist von den Nachfahren von, äh, Durin dem Ersten, also den Langebärten und dann auch Durin dem Dritten und Durin dem Vierten. Es gab ja insgesamt so sieben Zwergenfamilien, Zwergenclans. Genau. Und, äh, die Langebärte sind einer davon. Ja. Ja, ja. Und übrigens, äh, Funfact, Zwerge wurden im Durchschnitt ungefähr 250 Jahre alt. Ja, genau, deswegen, das hab ich auch noch aufgeschrieben als eine, ja, als eine Sache, die ja später dann auch noch, wenn es um so, wie lange lebt man und so, da dachte ich auch so, ach, 20 Jahre nicht gesehen, ja. Aber ich mein, die Szene war so gut, das hab ich irgendwie, dann, äh, ja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Naja, auf jeden Fall sagt Elrond dann, er wird Kele Brimboer in den Regeln wieder treffen und Kele Brimboer ist ja so ein krasser Schmied und, äh, Elrond ist aber ein krasser Diplomat und deswegen sagt er, ja, lass mich ja mal hier meine, ähm, genau, mein Hobby, meine Überredekunst, äh, unter Beweis stellen. Ja, und dann kommt's eben zu dieser Szene, wo das Tor aufgeht und die Zwergen machen ihn dann eskortieren nach Khazad-Dum und dann setzt dieser Score ein und Elrond sagt Elmendeia, also es ist so eine Art Wunderausspruch, auf Kenia. Ähm, das ist ja die Hochelbensprache, die die Elben eher in Valinor gesprochen haben, äh, genau, und die meisten Elben, die wir jetzt auch kennen, ähm, aus, genau, den Legendarium, die reden halt in Sindarin, das ist ja so ein kleiner, ähm, Sprachenexkurs. Und Kenia wird eigentlich nur noch so bei so Zeremonien benutzt, also bei so Elbenzeremonien, ähm, genau, und die Zwerge sprechen ja Kustul und auch noch ein kleiner Funfact, Zwerge haben ja meistens zwei Namen, denn, äh, ihren wahren Kustul-Namen verheimlichen sie. Und deswegen steht auch auf den meisten Grabsteinen oder so, was wir auch schon gesehen haben, wir haben ja schon einige tote Zwerge gesehen, leider, äh, genau, da machten sie immer ein Geheimnis drum, das finde ich auch sehr cool. Aber dann sehen wir diesen Shot von Khazad-Dum, ich hab fast geweint, wie geil ist das, bitte? Ich hab mich auch so direkt an die Gefährten zurückerinnert, so hat sich Gimli eigentlich so dieses, äh, dieses, das vorgestellt, wenn die eintreten, dass das so aussieht. Ich hab auch direkt dran gedacht an Gimli und schade, dass er das nie gesehen hat, ähm, ja, aber das sah so schön aus. Großartig, von vorne bis hinten, geile Musik, geile Visuals, auch so die Ideen so mit diesen, mit diesen, äh, Erfindungen von den Zwergen, diese Aufzüge, wie die mit Licht arbeiten, dass die das reflektieren, äh, dass die auch da sowas haben wie, 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 wie Gärten, die die auch, wo die Sachen anpflanzen können. Ja. Ähm, ich mag sowas, wenn das alles so, ne, ne, wenn das alles so durchdacht ist und so eine innere Logik hat, dass man wirklich auch so, so sieht so, ach ja, stimmt, dann können jetzt Zweige leben. Die haben Essen, die haben ihre Sachen, die transportieren ja auch so einen riesigen Felsbrocken so im Hintergrund. Ja, ich fand, das war so detailreich und lebendig, also es hat mir richtig gut gefallen und auch im Gegensatz dann zu diesen anderen, wie ich eben schon gesagt hatte, Öffnungsszenen, die für mich so ein bisschen, ähm, ja, untot wirken, ist das ja auf jeden Fall sehr so gefüllt mit so, einfach auch Zwergenkultur. Mit Zwergen, ja. Genau, ja, ähm, genau und dann sehen wir aber auch nach diesem coolen Shot, äh, der nicht lang genug meiner Meinung nach hätte sein können, aber dann wären wir in so einen Raum geführt, äh, und dann ist mir auch aufgefallen, die Zwerge rufen die ganze Zeit so Schlachtrufe auf Kussstuhl und dann mit einem Horn wird dann Durin der Vierte angekündigt. Ja, und ich finde es schön, man sieht einmal so kurz so einen, so einen Zwerg und der hat so einen Goldohrschmuck, das, das sein ganzes Ohr so verdeckt. Cool. Müsste ich einmal gesagt haben, ja, so. Ja, nee, nee, ja, ist gut. Fand ich schön. Äh, genau, und, äh, Durin der Vierte wird ja gespielt von Owen Arthur und ich finde, das ist jetzt schon einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, auf jeden Fall. Dann ist mir auch direkt aufgefallen, die Zwerge haben einen schottischen Akzent, ähm, passt, auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Haben die auch bei der Hobbit schon. Genau, ja, also, aber ich finde es, genau, das hat man ja auch ein bisschen erwartet, aber. Ich habe es dann gar nicht noch auf Deutsch angeguckt, das weiß ich gerade gar nicht, wie es da klingt. Stimmt, bei mir, ich auch nicht. Das muss ich mal noch nachtesten, aber ich glaube nicht, dass die dann Schwäbisch sprechen oder so. Ich hoffe nicht. Oder sechst du nicht. Oder sechst du bayerisch, ja. Aber wie ist das denn bei der Hobbit? Die reden ganz normal, glaube ich. Ganz normal, na, okay. Naja, ähm, auf jeden Fall kriegen wir dann noch mit, das ist einer Zwergentest, der Ausdauer, also ein bisschen so deren Version der Bundesjugendspiele. Und das wurde von Aule, das ist ja einer der Wala, der die Zwerge auch erschaffen hat, da haben wir auch schon mal in unserer Trailerbesprechung drüber geredet, selbst kreiert. Und Durin, der erklärt dann auch Elrond, wenn er verliert, dann wird er für immer aus allen Zwergenlanden vertrieben werden. Und wenn er gewinnt, dann, da habe ich mir jetzt, habe ich vergessen, was es ist, da war er dann wahrscheinlich eine Audienz mit Durin oder darf einfach mit ihm reden wahrscheinlich. Darf er sich entschuldigen. Genau, wahrscheinlich das. Ja, und Elrond ist so ein bisschen irritiert auch, weil er will ja eigentlich mit Durin, seinem alten Freund reden, aber der scheint echt nicht so gut auf ihm zu sprechen zu sein. Durin hat einen langen Bart und das macht bei dem Namen auch Sinn, ähm, finde ich sehr gut. Wir sehen im Hintergrund auch ganz viele dann Bewohner von Khazad-Doom. Khazad-Doom! Genau, und die Frauen, die leider keinen Bart tragen, in den Büchern war das ja der Fall, das war ja auch eine lange Debatte, Zwergenfrauen machen nur ein Drittel der Gesamtzahl der Zwerge. Und waren sonst Zwergenmännern auch sehr ähnlich und deswegen sagt man auch immer, dass die anderen Elben oder Menschen oder so sie meistens gar nicht von den Zwergenmännern unterscheiden konnten. Das war ja auch so ein großer Kritikpunkt, dass man zum Beispiel dieser gesehen hat und der hatte einfach keinen Bart. Genau. Finde ich auch immer noch schade, weil ich finde, ich hätte das cool gefunden, wenn man auch mal da so ein bisschen sagt, okay, das ist ja auch irgendwie eigentlich eine Antithese zu so Normschönheit von so Frauen. Ja, man hat ja auch in der Hobbit auch, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Extended-Fassung ist, und da gibt's da noch Tal, diese Stadt, vor dem Erebor, und da hat man, glaube ich, auch Zwergenfrauen gesehen und die hatten wirklich auch Bärte. Genau, die hatten auch Bärte und deswegen frage ich mich auch, wie du das hier nicht gemacht hast. Aber man konnte schon unterscheiden, ne? Aber ich finde das immer so, ich fand das eigentlich so schön aus der Erzählung von Gimli, wie er das gesagt hat, dass man die nicht unterscheiden kann, dass es direkt so das Kopfkino angeht. Ja, total. Und ich finde auch, man weiß das auch nicht so, dass eigentlich so Zwergenfrauen ja auch mega emanzipiert waren, weil die hatten sich jetzt auch nicht irgendwie verheiraten lassen oder so mit anderen Zwergenmännern, wenn sie darauf keinen Bock hatten. Ich bin auch immer so ein bisschen so ein Zwergenfan, ich kann mich nicht stoppen. Übrigens noch zu Kassadum, das heißt übersetzt Zwergenheim, also das haben die ja im Prinzip gesagt, Zwergenheim. Ist weniger cool auf jeden Fall die Übersetzung als Kassadum. Ja, also ich würde jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, Deutschland. Deutschland. Köl, Köln. Stimmt. Und du bist ja aus Bonn. Ich bin aus Bonn, aber ich habe auch eine Liebe für Köln. Okay. Köln, Bonn, der Flughafen. Genau, die beiden müssen sozusagen versuchen, die Steine mit einem spitzen Hammer zu zerstören, bis sie nicht mehr können. Ich finde das richtig geil. Das ist richtig stumpf und richtig geil. Ja, voll. Das ist eine sauwitzige Idee. Ich liebe auch so da schon die Dynamik so zwischen Elrond und Durin, weil man halt so total merkt, dass Elrond so ist so, hey, was ist denn los? Und Durin ist so, du hast mich verletzt. Aber da kommen wir später noch zu. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein Stilmittel ist, was jetzt ganz oft vorkommen wird, auch in Moria. Du siehst immer so untersichtig Nahaufnahmen von Zwergengesichtern. Ja, die sind ein, der ... Das war auch so ein, zwei Mal. Ich habe gedacht, okay, das sind die Zwerge. Die werden immer untersichtig und dann irgendwie so, ah, äh. Besonders derbe Gesichter dann so gezeigt. Genau, ist mir auch aufgefallen. Aber das mochte ich auch irgendwie. Das war so ein bisschen, ja, so kann ich mir das vorstellen, dass die das dann auch feiern, so ein bisschen so Gladiatoren-mäßig. Genau, wie, ja, endlich passiert mal was. Auch wie so ein Trinkspiel. Ja, genau. So ein bisschen wie bei Legolas und Gimli da auch. Ich glaube, das ist auch in der Extended-Fassung von den zwei Türmen. Genau, in der ... Äh, der Krüche des Königs. Sicher? Ja. Krüche des Königs. Nach der Schlacht von Helms Klamm. Ah, stimmt, doch. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe die letztens erst alle geguckt, aber, ja. Naja, äh, genau. Und dann Szenenwechsel. Ähm, oder hast du noch was zu Khazad-Dum? Nö, ich hab, ähm, ich bin, ähm, ich fand das schön. Ich fand das mit einer der, der, der schönsten Elemente bisher in der Serie. Ja, stimme ich dir zu. Also, wir sagen auch immer sehr viele negative Sachen, aber ich muss sagen, von den Zwergen bin ich bisher sehr angetan. Ja, ich auch. Und ich freue mich auch richtig, weil ich glaube, da wäre ich sehr traurig gewesen, hätte man das vermasselt. Ja. Ja. Also, wir sehen wieder Nuri und, äh, sie rennt über einen Hügel. Ähm, und das ist jetzt sehr total. Was haben wir jetzt halt so tun den ganzen Tag? Genau, eben. Und sie rennt zum Meteormann, ähm, der Runen auf einen Stein kritzelt, ähm, wo man dann sich natürlich auch direkt fragt, was das sein könnte. Ähm, aber Nuri hat erstmal auch keine Ahnung, denn, äh, genau, er schreckt sich so ein bisschen, dann biegen sich so die Bäume. Das ist nochmal, finde ich, sehr, ähm, klar, dass er Zauberkräfte hat, ähm, und dann erkennt sie er, er, sie erst wieder von der vorherigen Szene. Ja, und auch, ne, wie, wie sich das auch so zusammenzieht, diese Bäume um ihn rum, es wird so dunkler. Da hab ich dann auch wieder gedacht, das muss ein Zauberer sein, weil, bei den Gefährten gibt's ja auch diese Szene, wo einmal Gandalf richtig pissig ist auf Bilbo, und dann wird ja auch alles plötzlich so dunkel. Ja. Und ich meine, die nehmen sich ja oft so, so Elemente aus, aus den Herr der Ringe Filmen. Ja. Ist ja klar. Genau, ja. Warum dann nicht auch sowas? Aber das könnte natürlich auch wieder, ne, so ein, so ein, äh, so ein roter Hering sein. Ja, ich glaube auch, ich hoffe, weil man sieht auch irgendwie an diesem, diese Decke, die er da auch so um hat, also ich finde schon, er, er sieht vom Visuellen, vom Äußerlichen aus wie ein Zauberer. Äh, erscheint aber auch nicht so richtig, sich verständigen zu können mit Nuri. Ähm, genau, wir hatten ja auch die These, dass es Sauron sein könnte, aber da war ich dann auch wieder schon davon ab, weil ich so dachte, okay, ich glaube jetzt nicht, dass, dass Sauron so tut, als könnte er keine andere Sprache sprechen. Aber wir reden da gleich nochmal drüber. Ja. Genau, er flüstert zwei Worte, und zwar Mana und Ure. Ja. Und da habe ich jetzt mehrere Theorien gehört, was das sein könnte. Okay. Was ist deine, was sind deine Nummer eins? Ich habe einmal, was ist Hitze? Ja, Hitze, ja, genau, was ist Hitze, ja. Ure heißt Hitze. Aber es ist auch der 36. Buchstabe im Tengua, was ich gerade gesagt habe, dieser Elbenschrift. Das W. Für Wizard. Ja, genau, für Wizard. Nicht schlecht. Genau, und Mana habe ich auch, was ist. Oder natürlich, ne, Mana, das verbindet man ja immer mit Zaubern, ne, wenn man, boah, irgendwie sowas wie Diablo gespielt hat. Mana ist einfach so eine spirituelle Energie, die man braucht, um zaubern zu können. Und das ist halt eben dieses, was ist. Ja. Was ist Hitze? Ich meine, würde ja auch Sinn machen, dass er irgendwie, wenn er dann von einem anderen Ort kommt, da wo es keine Hitze gibt, dass er dann gefragt, was ist Hitze? Was ist Hitze? Da hat er gehört, ne, da hat er gehört, dass sie das gesagt hat, ne, dass das Feuer nicht brennt, und das überlegt es sich seitdem. Was ist Hitze? Genau, und ich meine, vielleicht, keine Ahnung, ist dann auch all das, was er da kritzelt oder so, einfach nur die Frage, die er da mit uns teilen möchte. Aber ich habe auch noch gehört, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt, weil das Mana kann ja auch Hunt heißen, und das könnte auch vielleicht Hunt des Feuers heißen. Was er dann wieder mit dem Symbol von Sauron, was wir ja auch schon auf dem Leichnam von Finrod gesehen haben, oder auch in der Otomno-Festung aus der ersten Episode. Ja, und was auch dazu passt, ich habe ja gesagt, seine Hände, die brennen so heiß, und er hat auch schon Leute damit umgebracht. Und ich habe übrigens auch noch eine, quasi so eine visuelle Assoziation mit diesem Symbol. Das sieht so ein bisschen aus wie das Umgedrehte, der Turm, Barad-Dur aus dem Film, mit dem Auge. Das ist ja auch so ein Halbkreis mit dem Auge zwischendrin. Ah, okay. Ich glaube, die Zeichen stehen schon auch darauf, dass es theoretisch jemand Böses sein könnte. Ja. Ja, Nori versteht aber auch diese ganzen Runen nicht, und sagt dann auch irgendwie so, ich bin doch nur ein Haarfuß. Und das wird dazwischen geschnitten mit dem Aufbau von einem Zelt, weil, das fand ich aber auch ein bisschen lustig, weil ich erst so dachte, okay. Beeinflusst das jetzt das oder sowas? Genau, oder auch so, ist das so krass, dass sie ein Zelt aufbauen? Ich fand nämlich diesen Schnitt ein bisschen weird. Genau. Ich fand, mich hat das eher so ein bisschen rausgerissen, und da habe ich mir gefragt, warum zeigen die das jetzt gerade im Anschluss? Das hat jetzt mit der Szene nichts zu tun, außer, das ist einfach nur so geschnitten, dass es so künstlich Spannung erzeugen soll. Genau, auch so ein bisschen wahrscheinlich das, was Nori dann jetzt endlich verpasst, weil ihr Vater bricht sich ja dann den Fuß. Und das soll ja wahrscheinlich simulisieren, dass sie ja ihre Pflichten als Haarfuß vernachlässigt und stattdessen eher lieber mit dem Meteor mann chillt. Und das ist ja auch mega wichtig für diese Haarfüße zu reißen, weil das ist ja so ein Nomadenvolk. Genau, das habe ich dann auch erst später dann gecheckt, weil ich erst dachte, ich mir so, okay, gut, es tut mir leid für den Vater, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn du dir den Fuß brichst. Übrigens, ihr Vater heißt Lago, das heißt auf Italienisch breit. Ah, heißt der nicht auch See? Lago Maggiore? Nee, Largo. Ach so, ah, okay. Also mit Lago, ja klar, mit er noch. Okay. Ja, das sieht auch, wäre ein bisschen breiter gewesen, hätte ja wahrscheinlich das Zelt aufbauen können. Ja, hast du was noch zu den Runen? Hast du da? Äh, nee. Okay, ich habe da was zu den Runen. Ja, dann lass mal verlauten. Ich finde, eine der Runen sieht ein bisschen aus wie, und jetzt kommt wieder ein gutes Ohm, jetzt ist es wieder wie ein G, Gandalfs Rune. Ah, oh mein Gott, stimmt, ja. Und eine andere sieht aus wie ein T und eine andere ist noch wie KW, also KW. Aber dieses G, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen, okay? Okay, alles klar. Und diese Rune kennen wir schon, also wenn es die ist, es war halt nicht so deutlich geritzt. Aber ist das nicht eher umgekehrt dann? Ja. Ist es schon dann eher eine umgekehrte Rune, die Gandalf auch zeitgezeichnet hat, ne? Also es ist nicht genau dasselbe, weil... Nee, also ich bin mir auch noch sicher, ob es wirklich genau dasselbe ist, weil es halt auch so undeutlich geritzt ist. Ja, okay. Deshalb, aber... Vielleicht haben die es auch nur reingemacht, ne? Wenn das ist einfach, das waren immer noch weiter, wenn man sich auch mehr damit beschäftigt, man weiß es halt nicht, ob der jetzt gut oder böse ist. Aber ich finde, das spricht dann eher wieder für gut. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall merkt man ja auch, dass er Nuri nicht verletzen möchte. Ja. Weil auch wenn, als dann Poppy kommt, um Nuri zu informieren, ihr Vater ist gestürzt, dann geht Nuri zwischen die beiden und genau, dann scheint er auf jeden Fall jetzt nicht gewalttätig zu sein oder so. Ja, und dann sehen wir halt Nuri, wie sie dann bei ihrem... Der Fuß vom Vater sieht nicht so gut aus und dann hat sie natürlich ein schlechtes Gewissen und ja, wird dann schwierig für ihn als Nomadenvolk, was die Haarfüße ja sind, weiterzureisen. Das stimmt. Da ist mir auch aufgefallen, ich finde, Nuri wird mir schon immer sympathischer. Ich finde, sie wird auch schon so ein bisschen eine Identifikationsfigur wie damals, Helmut Frodo. Aber ich kann mich auch immer noch nicht so richtig damit anfreuen, vor allem, weil ich so im Gegensatz zu den anderen Szenen immer ein bisschen finde, klar, dieses Mysterium mit dem Meteormann, das zieht mich jetzt so ein bisschen in die Szenen rein. Das ist das Hauptgünfe. Genau, aber ja, hätte man auch mit anderen Charakteren machen können. Ja, ich meine, der Meteormann hätte ja auch auf Numenor abstürzen können. Stimmt. Da hätte man keine Hobbits gehabt, sondern noch mehr Leute von Numenor. Oder Menschen, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal spannend gewesen, da vielleicht so ein bisschen mehr zu erfahren, ne? Ja. Dann kommen wir mal wieder zu Galadriel, der Olympia-Schwimmerin. Und sie wird von Menschen aus dem Wasser gerettet, nur um kurze Zeit danach von einem Wasserwesen fliehen zu müssen. Und genau, die Galadriel, die zieht das durch. Die ganze Nacht ist sie quasi da durch das trenne Meer gekrault, um nach Mittelerde zurückzukommen. Es gab doch auch letztens diesen Typen, der durch den Rhein geschwommen ist. Er ist krasser als Galadriel. Genau, er ist so wie immer krasser als Galadriel. Einmal drüber oder einmal entlang? Nee, nee, einmal entlang. Aber der hat auch immer unterschiedliche Pausen gemacht, weil er ist auch durch Bonn geschwommen. Und dann wollten wir als Campus Radio irgendwie ein Interview mit dem führen. Und dann haben wir uns auch so die ganze Zeit Jokes gemacht darüber, sind wir dann auf dem Boot und interviewen ihn dann beim Schwimmen. Ach so, mit so einem Boot nebendran. Genau, aber leider ist das nicht so passiert. Okay, ja. Genau, die Menschen, die sind sich ja so ein bisschen uneins auf diesem Floß. Manche wollen sie retten, andere nicht. Aber sie ist ganz schlau, sie verbirgt ihre Elbenuhren, ihre Spitzenuhren. Das wurde ja schon mal in der ersten Folge bei Halbrand etabliert, dass irgendwie Menschen nicht so gut auf die zu sprechen sind. Aber nur um nochmal so den, also es gibt ja nur so die einen Menschen und dann gibt es noch die Numenora. Und die Numenora waren aber auch so mit der Zeit irgendwann nicht mehr gut auf die Elben zu sprechen. Anfangs waren die auch befreundet, aber es kommt ja später raus, diese Menschen kommen ja auch aus den Südlanden. Genau, ja. Und da sind die ja sowieso nicht so gut auf Elben zu sprechen. Haben wir auch gesehen in der ersten Folge mit Arondir und Medor, dass sie ja dann auch so eine Art Posten sind, um es zu überwachen, ob die Menschen nicht wie der Morgoth verfallen. Und das fand ich hier auch sehr interessant, weil dann ja auch wieder gezeigt wird, okay, es gibt so diese Frau, die es dann Galadriel ja auch dann direkt so zutraulich irgendwie sind. Und die anderen sind dann eher so, nee, wir können uns das jetzt nicht leisten, noch jemanden mit so aufs Boot zu nehmen. Das fand ich interessant, weil das ja dann wieder die Ambivalenz so von so Menschen und wie, ob sie jetzt so gut oder böse sind, darstellt. Ich finde es auch prinzipiell cool, wenn man auf so einem engen Raum oder so in einem Raum oder so, das gibt es ja ganz oft, so Filme und Serien gehen ja ganz oft um diese Gruppendynamiken. So ein Paradebeispiel ist ja die Zwölf Geschworenen, wo dann einfach elf gegen den Angeklagten sind und einer ist dafür. Der ganze Film spielt eigentlich nur in einem Raum. Genau, und es geht einfach nur um diese Figuren, wie die miteinander agieren und was da halt auch teilweise für Allianzen und sowas entstehen. Und wir haben ja auch noch nicht so viele Szenen gehabt, wo das passiert, ne? Prinzipiell finde ich sowas cool, aber ich finde, hier ist das echt so ein bisschen durchgerusht gewesen. Ich meine, die war ja auf dem Boot und dann kam eigentlich schon das Vieh und hat das Boot zerschlagen. Ja. Du hättest das gerne länger gehabt, die Szene? Ja, vielleicht, also entweder vielleicht das, also nur halbrand zeigen oder halt, ich fand es ein bisschen schade, hätte man ein bisschen länger zeigen können. Okay. Einfach um so Misstrauen gegenüber nochmal vielleicht so größer zu machen. Ja, das würde ich dir sogar zustimmen. Meine Katte halt sehr schnell, dass dann so sie gelüftet wird als Elbin. Ja. Wir sehen ja auch dann zum ersten Mal halbrand. Charlie Wickers. Genau, das ist ja quasi, er hat schon den Aragorn-Vibe. Hat er, aber er ist auch nicht so heldenhaft wie Aragorn. Nee, gar nicht. Aber ich meine, in die Gefährten, es gibt ja, ich finde die Serie ist, ne? Also bei Tolkiens ist es ja ganz oft schwarz und weiß. Es gibt das absolut Böse, das absolut Gute und zwischendrin gibt es nix. Ja. So bei, bei die Gefährten ist Boromir noch so ein bisschen zwischendrin. Aber ich habe das Gefühl, dass sie halt so mit der Serie so ein bisschen noch mehr Graustufen einführen wollen. So was wie zum Beispiel auch Rogue One für Star Wars gemacht hat. Weil Star Wars war ja auch eigentlich immer super Böse, super Gut. Stormtrooper, genau, sind immer so die Bösen und wir kämpfen gegen sie ja voll. Also finde ich spannend und würde ich auch mir wünschen für die Serie, dass sie das so ein bisschen aufbrechen. Eines der ersten Dinge, die ja Halbrand auch sagt, ist, dass das Aussehen täuschen kann. Ja. 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 Aber genau, ich habe jetzt überlegt, weil ich habe da auch ein paar Theorien gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass Halbrand vielleicht auch noch ein bisschen versteckt, wer er ist. Ja. Ich meine, das wird ja auch gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo bei Herr der Ringe, aber das halt oft so ist, so Leute, die eigentlich so nett aussehen, sind eigentlich richtig böse. Genau. Und Leute, die böse aussehen, sind gut. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Halbrand vielleicht böse ist oder so. Mal gucken, mal gucken. Ja, ich bin auch gespannt, also was sie noch alles mit diesen Figuren anstellen werden. Weil das ist halt die Chance für diese Serie, auch so Leute abzuholen, die sich eigentlich gut auskennen, die haben einfach Figuren mit drin, die neu geschaffen wurden. Ja. Und du hast ja immer dieses Prequel-Problem, du weißt ja am Ende, Galadriel wird nicht sterben oder sie wird sterben und wiederbelebt werden oder so irgendwas, aber Galadriel, es gibt ihnen die Gefährten. Wie willst du dann noch eine Geschichte erzählen, die ähnlich spannend ist wie die Herr der Ringe zum Beispiel? Und letztendlich sind es ja relativ wenige Charaktere, außer jetzt Elrond und Galadriel, die dann, also nicht, nee, sozusagen sind viele Charaktere, die dazu erfunden wurden. Ja. 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 Die Leute auf dem Boot sehen dann auch plötzlich ein anderes Boot und das wird dann gesagt, dass das vielleicht Corsaren sein könnten, dass die trotzdem mal Schild sein sollen. Aber dann hätten, wären die auf ein rotes Segel mit einem schwarzen Stern oder einem schwarzen Auge gestoßen, weil das haben die Corsaren auf ihren Segeln drauf. Genau, und wir erinnern uns, Corsaren sind dann Seeräuber, die wurden ja auch in Herr der Ringe, genau, im dritten Teil von Aragorn und den Dunedain und der Totenarmee daran gehindert, an der Schlacht von Minas Tirith teilzunehmen. Richtig. Und dann kommt auch schon ein Wurm, ein Wasserwurm. Wir haben ja schon in der Traileranalyse gesagt, dass das vielleicht ein Wasserdrache sein könnte. Die werden aber auch Seeschlangen oder Fischdrachen genannt und ich finde auch, das sah schon sehr wurmig aus. Ja, fand ich auch. Wasserdrache, ich meine, Drachen werden ja auch als Lindwurm bezeichnet, deshalb, das passt ganz gut. Ich mag das auch, wenn Menschen oder generell, das kennt man ja auch, Dinge, die dann eigentlich so ein Fantasy-Tiere sind oder so, als so Tierarten bezeichnen, die sie kennen. Also zum Beispiel, also der Wurm, der große Wurm, ich finde das irgendwie immer sehr cool. Ja, dass die nicht sagen, oh, ein Wasserdrache. Genau, oder am besten noch diesen lateinischen Namen, ein Draconis Aquarius. Draconis Aquarius, ja. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe das in nicht so guter Qualität gesehen, aber ich habe mir irgendwie gedacht oder dass ich gesehen habe, dass da eine Harpune in ihm drinsteckt oder irgendein Speer oder sowas. Genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Ich glaube, der war auf jeden Fall schon häufiger mal mit Menschen in Kontakt oder vielleicht ist es ja auch von dem Kampf mit dem Originalboot von denen. Aber ich finde es generell auch so cool, das ist ja auch so Seemannsgar, dass man von so großen Wasserwesen erzählt, die dann ganze Schiffe nach unten ziehen und sowas. Und du weißt ja im Endeffekt, also bei uns in der Welt, das war wahrscheinlich, hat da irgendeine natürliche Ursache, keine Ahnung was. Es war bestimmt nicht ein Kraken, der irgendwie was runtergezogen hat. Genau. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Man kennt ja auch. Ja, aber wenn dann sowas auch mal, in dieser Welt ist das halt real. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Ja, man kennt ja auch diese alten mittelalterlichen Karten, wo dann meistens auch immer so Fantasywesen dann in den Ozean dargestellt sind. Ja, und die ziehen immer die Schiffe runter. Aber spannend ja auch, dass ja bei Tolkien eigentlich im Legendarium ja offiziell keine drin vorkommen. Also Seelschlangen, der hat ja auch mal dann eine Karte in Auftrag gegeben und da hat er das zum Beispiel auch nicht eingezeichnet, sondern eher nur unterschiedliche Schiffe von unterschiedlichen Völkern. Aber es gibt ein Gedicht, von dem Tolkien auch davon redet, dass das Meer von großen Lebewesen bewohnt wird. Genau, also es ist ein bisschen jetzt Auslegungssache, ob das auch ein Wasserdrache sein kann. Ja, aber ich finde es generell cool, weil das einfach die Welt noch so ein bisschen abgefuckter, abgefahrener, mysteriöser macht. Ja. Ja, und Galadriel springt vom Floß, als dann dieses Vieh auf die zukommt. Naja, springt sie wie geschubst. Ja, okay. Aber den Rest springt sie rein und schwimmt sehr schnell weg. Und es ist so eine relativ lange Einstellung, die auch so halt unter Wasser ist. Ich fand das auch, war sehr schön umgesetzt. Ja, ja, doch. Nicht? Also ich fand, doch, 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 ich weiß, was du meinst. Aber ich fand irgendwie, Galadriel wird so sehr oft ins Wasser geschubst in der Folge. Ich finde, eine hätte mir gereicht. Ja, so als Teleri hätte sie da eigentlich ein bisschen, weil sie kann da gut schwimmen. Ja, genau. Ich habe mich schon gefragt in der einen späteren Szene, weil wir wissen ja auch, sie würden sterben. Sequel-Problem, nee, Prequel-Problem und sie sinkt dann auch wie so ein Stein. Also dann ist sie dann kein Schiff mehr so ein Stein mehr. Es ist kein Schiff mehr so ein Stein mehr. Oh, das ist so tiefgründig. Ja, und wir merken aber auch, dass Hallbrand irgendwie auch anfangs nicht so von Galadriel angetan ist. Und der hat sich auf ein kleines Floß gerettet und überlebt natürlich ebenfalls. Ja, entweder ist er böse oder es wird so ein Anti-Held werden, denke ich mal. Oder so jemanden, ich meine, der wird jetzt sehr negativ erst mal dargestellt. Und dass du halt erst so denkst, boah, was ist das für ein Idiot? Aber dass er halt so über seine Figurenentwicklung dann irgendwie so ein Nice Guy wird. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist auch ein bisschen so generisch dann. Man kennt das ja, so dieser Held, der so innerlich zerrissen ist, der eine dunkle Vergangenheit hat. Aber der sehr sympathisch wird. Aber gut, klappt schon immer. Da würde ich sagen, vom Wasser gehen wir wieder in den Berg. Ja. Nach Moria. Elrond verliert den Wettbewerb, kann sich aber mit Durin versöhnen und wird von ihm zum Abendessen eingeladen. Ja, Zwerge. Ich liebe Zwerge, du liebst Zwerge. Reden wir über Zwerge. Gerne. Genau, Elrond verliert erst mal diesen Wettbewerb. Genau, mit Taten kann er nicht gewinnen. Aber er ist ja auch ein Diplomat. Er löst ja eigentlich so seine Sachen, indem er Worte benutzt. Und ich meine, er hatte ja auf jeden Fall schon mal den Fuß in der Tür gehabt, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und ich meine, jetzt lässt er ja quasi so sein Handelsgeschick, sein Geschick. Seine Wortgewandtheit. Ja. Übrigens, dieses Wort, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist. Ja, was ist es? Ich meinte nicht Absolution oder Vergebung oder sowas. Ich meinte so ein Presidential Pardon. Okay. Also quasi so ein Pardon. Ah. Ja. Aber was ist das deutsche Wort dafür? Das ist mir dann zwischendurch wieder eingefallen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. In der dritten Folgenbesprechung werden wir das deutsche Wort dann sagen. Sorry, dass es so random kommt. Zwerge. Genau. Genau. Elrond will halt seine Sachen mit Worten klären, weil das kann er halt am besten. Kurz dazu noch, ich fand das Outfit von Elrond sehr cool. Er hat ja auch so, Dorit sagt er ja auch später irgendwie so Vogel-Outfit dazu. So ein bisschen Humor-Relief-mäßig. Und das hatte ich dann überlegt. Es könnte auch ein kleiner Hint sein an seine Mutter, weil die ja zum Vogel wird. Eigentlich im Legendarium ist das jetzt auch wahrscheinlich sehr aus dem Kontext gerissen. Aber merkt euch einfach, seine Mutter wird zum Vogel. Und ich habe mir dann bei seinem Outfit gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Vogel. Also was ihr euch merken könnt, umso weiter man in der Zeit zurückgeht bei Herr der Ringe, umso abgefahrener wird. Umso Fantasy-mäßiger, sage ich jetzt mal. Und das hat mir sehr gefallen, aber ich mochte das Outfit von Duri nicht so. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an das Kostüm-Department von Troja. So ein bisschen so viel Gold, viel Prunk, aber gut. Ja. Übrigens, man sieht auch Runen auf dieser Zwergen-Axt, oder dieser Zwergen-Hammer, den Elrond benutzt. Und weißt du, was da draufsteht? Nee. Iron in our hands, Eisen in unseren Händen. Da habe ich mir noch eine Sache gepackt. Ich konnte die anderen Runen ja nicht entziffern, weil das halt so gibberisch war. Das dürfte ja eigentlich nicht in Englisch da draufstehen, sondern müsste ja eigentlich in Kustul draufstehen. Stimmt. Aber das ist jetzt so egal. Ja. Aber das ist so ein kleines Detail, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ganz schön. Andererseits, ich kann kein Kustul und war eigentlich dann ganz froh, dass es Englisch war, weil dann habe ich jetzt euch sagen können, Eisen in unseren Händen. Klingt cool. Das stimmt. Vielleicht war es dann ja auch eher dann für die Leute, die sich da dran setzen und das übersetzen. Aber ich hätte es auch originalgetreu gefunden, wenn es Kustul gewesen wäre. Also genauso wie in Game of Thrones gibt es auch diese eine Szene, wo irgendwie in, ich glaube in so einer freien Stadt, wo es dann um so diese Sklaven geht, die Daenerys befreit. Die Unbefleckten. Die Unbefleckten. Astapor. Genau. Ich glaube, es kann ein Astapor sein und dann steht so an der Wand irgendwie Free of the Masters auf Englisch. Achso, nee, das ist Junkai, glaube ich. In Junkai. Oder Marine, glaube ich. Ja, und da gab es ja dann auch großen Aufschrei, weil das halt einfach keinen Sinn macht, dass es da in Englisch steht. Also ich kann mir schon, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn so eine Welt, die eigentlich so ein krasses Worldbuilding hat, dann manchmal bei so ein paar Sachen so Logiklücken hat, was dann so ein bisschen rausreißt. Das finde ich dann schade. Aber ich meine, da stand es auf Englisch drauf, dass man es lesen konnte. Ja. Natürlich, das hätte man auch mit Untertiteln machen können, aber hier ist es ja in Runen und ich musste es übersetzen und das macht wahrscheinlich, machen die wenigsten. Das stimmt. Stell dir mal vor, das wären einfach nur so Wörter, Buchstaben, die aussehen wie Runen, aber dann auf Englisch, das wäre ganz schön. Das fand ich nämlich auch ganz cool bei, eine der wenigen coolen Sachen bei Obi-Wan Kenobi. Das habe ich leider nicht gesehen. Die hatten ja auch quasi diese Star-Wars-Schrift quasi. Ah, okay. Und das kann man dann auch übersetzen. Mhm. Ja, und Durin und Elrond gehen in den Aufzug und Durin will die ja quasi rausschmeißen. Und ich finde, ihre Freundschaft ist echt schön. Die haben richtig schöne Chemie miteinander. Durin ist einfach so ein sturer, dickköpfiger Zwerg. Also halt, ne, einfach ein Zwerg. Genau, ein typischer Gimli. Ja, das passt ja auch super einfach dazu, dass er so sauer ist, dass er sich jetzt 20 Jahre nicht mehr gemeldet hat, nicht bei seiner Hochzeit war oder Geburt von den zwei Kindern. Und, ähm, ich muss sagen, also ich werde immer mehr Fan von Durin. Und, ähm. Wirklich? Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode, dieser Dialog zwischen den beiden. Und ich finde das so spannend, dass hier mal dieser Konflikt mit der Unsterblichkeit auch so ein bisschen aufgegriffen wird. Das wird ja eigentlich auch noch voll wichtig in der Serie, wenn es dann nach Numenor geht oder so. Und ich glaube, dass, darauf freue ich mich auch, wenn da das nochmal ein bisschen angesprochen wird. Obwohl Zwerge ja eigentlich auch 250 Jahre alt werden. Aber das ist halt ein Bruchteil. Genau, schon ein Bruchteil für Elronds Leben jetzt. Ähm, ja. Aber das fand ich sehr schön. Da haben sich Arundi und Bronwyn auch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, Arundi hat ja Bronwyn eh gesehen, seitdem sie klein ist. Die, die. Oh Gott. Ja. Durin hat übrigens, ne, das habe ich ja schon angekündigt, der hat ja auch so eine Rüstung an. Also so ein Gewand. Und da sind auch Runen drauf zu sehen. Sehr, sehr groß geschrieben. Das war eigentlich relativ einfach zu übersetzen. Das war nicht gibberish oder sowas. Ähm, Durin steht auf der einen Seite und Deathless auf der anderen Seite. Uh, okay. Also, ab sofort bist du, wie immer, jetzt der Runenexperte. Du kriegst jetzt so einen Titel. Das macht voll Spaß. Ja, ich merk's. Deathless, okay. Also, ne. Theoretisch wäre ja Deathless, wenn die das hingekriegt hätten mit, ähm, der Reinkarnation der Durins. Ja. Aber gut. Es gibt, ja, um mal kurz nochmal das einmal anzuditschen. Es gab, der allererste, ähm, Stammvater dieses Hauses, der Longbärte, äh, war Durin the Deathless. Der wurde so genannt, weil er so mega alt wurde. Also, weit über die 250 Jahre hinaus. Und es gab immer wieder neue Durins und die sollten quasi so eine, so eine Reinkarnation von ihm sein. Und Durin der Vierte sollte eben auch eine dieser Reinkarnationen sein. Ja. Und deshalb heißt er ja auch Deathless, weil er immer wieder, wieder und wieder kommt. Genau. Aber theoretisch würde es dann eben keinen Sinn ergeben, dass es zwei Durins gibt. Ja. Aber in der Serie soll das anscheinend aber auch noch einen Grund haben. Vielleicht auch von der Handlung her, dass das spannender gemacht wird, dass er eben einen Vater hat. Ich warte noch drauf. Ja, ich glaub, das soll er lernen. Der Vater ist ja auch auf jeden Fall mit dabei, dass es einfach so einen Konflikt gibt zwischen den beiden, so ein Vater, so einen Konflikt. Ähm, aber ja. Ich fand's einerseits cool, ne, dass das da draufsteht, aber andererseits, machen das? Macht man das so? Sag mal hier, ich bin Durin der Unsterbliche. Ist auch ein bisschen arrogant auf jeden Fall. Und das passt nicht so zu Durin, aber wer weiß. Oder wie so ein, äh, hier so, so ein Wrestling-Titel oder so ein Box-Titel, da steht auch noch immer so ein Zeug drauf. Stimmt. Ich hab auch immer das Gefühl, Durin möchte ja auch ein bisschen verstecken, dass er eigentlich so eher so ein sensibler Typ ist. Das zeigt er uns ja dann auch im Dialog mit Elrond und so vor den Zwergen, da will er ja vielleicht auch so ein krasser Macker sein, der ja auch den Prinzen-Titel verdient. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, Durin kann Elrond so ein bisschen verzeihen, beziehungsweise, ähm, Elrond will sich ja entschuldigen. Genau, bei seiner Familie auch. Genau, und deshalb lädt Durin ihn nach Hause ein. Ich finde, so die ganze Chemie und so dieser, dieser Witz. Ja. Ich glaub, sowas kann schnell langweilig werden, aber ich finde, die haben das gut umgesetzt. Finde ich auch. Ähm, ja. Und das erinnert mich auch total an die Freundschaft zwischen Gimli und, ähm, Legolas. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon in die, in die Zwergenwohnung rein. Was ich natürlich immer schön finde, ne, das ergibt dann auch wieder Sinn, die ist halt nicht so hoch. Ja. Und Elrond ist da auch relativ, äh, kurz, äh, unter der Decke. Mhm. Ähm, wir sehen auch Zwergenkinder, also wir sehen die nicht. Ich glaub, da hatten die auch Schiss davor, Zwergenkinder zu zeigen, deshalb haben die einfach denen diese, diese Helme aufgesetzt. Ja. Ähm, die beiden heißen Gerda und Gamli. Finde ich auch witzig. Gamli. Ja. Der Gamla. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Und der hat so einen, ähm, so einen Drachenhelm auf. Das hat mich an eine Sache erinnert, die will ich einfach noch kurz erwähnen, auch einfach nur, weil es cool ist. Ähm, ähm, es gab den Drachenhelm von Dor Lomin und der gehörte einem, äh, sagenumwobenen Mann namens Turin Turambar und der ist im Prinzip so etwas wie Siegfried der Drachentöter im Silmarillion, weil der auch mal einen Drachen tötet. Aber das gibt, es passiert noch so viel mehr bei dem, aber das, das kann ich euch jetzt nicht erzählen, weil sonst können wir ja nochmal fünf Stunden hier sitzen. Ja, auf jeden Fall. Da können wir, könnte man eigentlich mal ein Special zu machen. Mehrere Specials, ja. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Aber ja, Turin und, ähm, noch so ein, zwei andere Figuren sind auch so im Silmarillion mit so am genausten beschrieben. Ja, auch Hador und so weiter. Also diese ganzen Menschen. Ja. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber dann sehen wir auch Disa, seine Frau. Disa, ja. Sophia Numbette. Ja, und ich war so im Trailer, hab ich immer gedacht so, ne, die ist halt so, wirkt relativ arrogant und so ein bisschen hochnäsig. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich find die so sympathisch. Also ich find sie auch aus einer, genau wieder eine super Figur und, ähm, ich fand nur ihre, ähm, sie hat, glaub ich, so Kontaktlinsen drin, die fand ich so ein bisschen, haben mich auch so ein bisschen rausgebracht, das fand sie ein bisschen künstlich aus, aber sie ist sehr sympathisch und lädt Elrond auch direkt zum Essen ein. Sehr herzlich. Ja. Obwohl sie ihn ja auch gar nicht kennt, aber, ne, das beschreibt ja auch, anscheinend hat der Durin öfters mal von, von seinem Freund erzählt. Ähm, wir sehen ja auch später noch den Baum, ne. Also, Durin hat halt diese Freundschaft eigentlich gepflegt, aber Elrond halt nicht. Genau. Und, äh, das kriegt ja auch Elrond ein bisschen zu spüren, aber ich fand das auch sehr, sehr schön irgendwie, dass, diesen Baum, also diesen Setzling aus einem der großen Bäume in Lindon zu sehen, die dann, äh, Elrond, genau, äh, Gemini sag ich schon, die, äh, Elrond Durin geschenkt hat und, genau, die er dann sozusagen aufgezogen hat, wie als wäre es sein drittes Kind. Mhm. Und, ne, auch nochmal auf, auf den Baum zurückzukommen, der, der, der sagt ja, dass er quasi das für die, äh, für die Stärke der Elben steht und für die Beständigkeit. Und wir haben ja dann quasi, ne, eins der Bösen oben letztes Mal, dass eins dieser Blätter so runtergefallen ist und so vergammelt war. Stimmt. Ja. Vergammelt oder dass das Böse es befallen hat, keine Ahnung was. Genau. Sauroniert. Also, sauroniert. Ja. Und wir erfahren auch was, was ich super interessant fand, äh, dass, ähm, dieser Kammern betönt. Das ist ihre Aufgabe. Ja. Ähm, sie kann also mit Gesang, also Zweckkündig anscheinend mit Gesang herausfinden, wo welche Ärzte, äh, zu finden sind, welche Kammern irgendwie besonders, äh, reichhaltig sind an allem möglichen. Ist ja vielleicht auch schon eine Anspielung darauf, äh, dass die dann vielleicht auch mal falsch liegt. Ja, oder, 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 das hab ich mir auch gedacht, oder dass es vielleicht auch, ne, irgendwann graben die auch diesen Ballrock aus, dass es vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viele Zwergenfrauen gab. Oder diese Tradition, das zu tun, dass es die irgendwann mal nicht mehr gab. Ja. Stimmt, weil wir haben ja auch eben gesagt, äh, Zwergenfrauen machen ja nur ein Drittel der Zwergenmänner aus. Und sie sagt ja dann auch, dass, äh, das üblich war oder sehr selten, dass man nicht so vor 90 heiratet, ähm, und dann auch wenige Kinder hatten, weil ja dann auch Zwergenfrauen relativ eigenbrötlerisch waren und auch ihren eigenen Kopf hatten und sich gegen ihren Willen haben verheiraten lassen. Ähm, ja, aber ich fand diese Origin-Geschichte von den beiden sehr, sehr süß. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und, ähm, genau, Elrond, ähm, denkt ja dann irgendwann, ja, okay, das hat er den Bogen überschauen, jetzt muss er auf jeden Fall gehen. Aber, ähm, ich fand diesen Ausspruch von, von dieser so schön, Aules Barth. Mhm, wie Merlins Beard bei Harry Potter. Genau, weil, äh, es gibt ja öfters mal irgendwie so, irgendwelche Fantasy-Universen, oder generell so, so, so Film-Universen an sich, wo dann, dann sagt jemand, ach Gott, verdammt. Mhm. Aber das passt ja vielleicht nicht rein, weil es in dieser Welt ja vielleicht keinen Gott gibt. Und ich mag das halt, dass die Leute halt so immer so diese extra mal gehen und dafür auch so extra so. Ja. Äh, so bei, äh, bei, äh, bei Star Wars ist es Dank Farrick zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, dass es auf jeden Fall so, so, so Flüche gibt. Ja, genau. Fand ich schön, ja. Äh, genau, aber, äh, dieser hat natürlich keinen Bart, was natürlich ein bisschen schade ist, ne? Ja, find ich auch. Ja. Aber ich mochte auch das, was Elrond dann sagt, obwohl es auch wieder ein bisschen bedeutungsschwanger ist, aber das ist eines der Zitate, was mir dann auch gefallen hat, da wo Liebe ist, ist es niemals dunkel. Liebe, Harry, Liebe. Liebe, Harry, Liebe. Ja. Ja. Fand ich okay. War, war schön. Nicht so schlimm wie das mit dem Stein und dem Schiff. Ja, genau. Ne, das mit dem Stein und dem Schiff, das war, das war halt auch in den ersten fünf Minuten, das hat mich dann erst mal so, äh, was? Ja, das stimmt. Ist dein Ernst? Ja. Äh, dann verlassen wir, ähm, Moria wieder. Mhm. Oder willst du noch was Zwergiges sagen? Ich hab nichts Zwergiges zu sagen. Okay. Äh, auch nichts Leuchtkäferisches? Vielleicht später, ja. Später, okay. Wir gehen wieder ins brennende, ins brennende Meer, ins trennende Meer. Okay, wenn Sauron kommt, ist es das brennende Meer. Äh, Galadriel und Hallbrand treiben auf dem offenen Meer und lernen sich besser kennen. Äh, man sieht zuerst die Sonne. Und ne, ihr wisst ja, ich mag Sonne und Mond immer, wenn die gezeigt werden. Tolle Hintergrundgeschichte. Ähm, und ich mag es auch, wie die beiden sich so misstrauen, miteinander interagieren und das wirkt halt sehr geheimnisvoll. Also, es sind ja beide auch so geheimniskrämerisch. Die wollen ja wirklich nichts preisgeben, einfach um nicht dem anderen irgendwie so einen Vorteil zu geben. Die betteln sich eigentlich, wäre am meisten voreinander verheimlich. Ich finde aber auch, da war so ein bisschen so ein Knistern in der Luft. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich meine, ähm, Vorhersage ist, dass die vielleicht was miteinander anfangen. Aber das wäre auch... Er verwandelt sich in Keleborn. Vielleicht, ja. Er ist eigentlich ein Elb. Aber nein, also ich glaube, da habe ich auch schon gehört, dass viele das nicht so cool fänden. Ich fände das jetzt auch vielleicht ein bisschen, ähm, vorhersehbar. Aber, ähm, da habe ich auf jeden Fall gedacht, das könnte so kommen. Ja. Ich fand auch, ähm, das war ein richtiger Sexy-Boy-Fund-Move. Und irgendwie ja erstmal so ein Wasser. Und das dann irgendwie so, macht man das so? Das hat irgendwie so, das hat, das hat gewirkt, als ob er jetzt gleich irgendwie so, so eine Cola-Dose aufmacht und eine Zeitlupe oder irgendwas trinkt oder sowas. Aber ich mochte den Shot, weil es ging ja so, die Kameraführung war so unter Wasser und dann nach oben fliegt, war es einfach nur deswegen. Ja, genau. Und ich finde, Halboin, der wirkt das erstmal so sehr opportunistisch und, äh, selbstbezogen. Aber, ne, der wird wahrscheinlich eine Entwicklung machen und dann einfach ein, auch ein cooler Typ sein, auch der man, ja. Trotzdem so unekter so ein Typ mit Ecken und Kanten ist. Ähm, und er scheint auch relativ smart zu sein, weil er ja auch so deduzieren kann, dass, äh, deduzieren kann, dass Galadriel irgendwas zu verbergen hat und dass er quasi sagt so, ah, du bist hier, was machst du, warum bist du hier? Ah, da musst du ja irgendwie, äh, fahnenflüchtig sein oder sowas. Und, äh, er hat auch, äh, ein Täschchen um seinen Hals, was mich sehr an Davos, Seewert aus Game of Thrones erinnert hat. Mhm. Vielleicht hat er auch Finger da drin. Vielleicht. Auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Das ist ja auch eine Art Symbol und Wappen und Galadriel hat ja auch die These, dass es vielleicht ein Symbol von seinem König sein kann. Dann sagt er daraufhin, meine Leute haben keinen König. Das wurde ja auch schon in der letzten Folge mal gesagt, dass irgendwann mal der König kommt oder sowas. Ja. Und ich, ich konnte es auch nicht wirklich erkennen, ob das irgendwie so ein Vogel ist oder sowas. Ich habe auch versucht, es herauszufinden. Es sieht irgendwie erst wie so ein Adler, finde ich. Ich erkenne da auf jeden Fall irgendwelche Schwingen. Mhm. Ähm, aber da ist dann auch noch so ein Stein und dann so ein, so ein Sack. Keine Ahnung. Ähm, also ich weiß es nicht. Ähm, werden wir aber wahrscheinlich noch herausfinden. Auf jeden Fall. Aber es muss wahrscheinlich irgendein Erinnerungsstück sein aus seiner Heimat. Wahrscheinlich hat er irgendjemand Wichtiges verloren. So irgendwas. Ja, ja. Dass, ne, dass wir besonders viel Drama haben. Dass wir Mitleid mit ihm haben. Genau. Drama ist ja auch, dass dann die, er erzählt, dass die Menschen aus seiner Heimat eben von Orks zur Flucht gezogen wurden. Da wird ja Galadriel natürlich hellhörig, weil sie ist ja so. Ah, Orks? Orks. Ich dachte, der letzte Ork wäre seit Jahren tot, was wie Elrond gesagt hat. Ähm. Was mich in dieser Szene so ein bisschen genervt hat, also das hat mich, das war so eine Kleinigkeit, aber ich habe es einfach nicht verstanden, weil es so sinnlos gewirkt hat, wie Galadriel immer an diesem Seil rumzieht. Und ja, das ist, ich habe auch gedacht, was macht sie da? Aber ich glaube, man kennt das ja, wenn man in so einer Diskussion ist und dann so tun will, als würde man irgendwas richtig Wichtiges machen. Ja. Ähm, fand ich aber auch irgendwie nachvollziehbar. Also Übersprungshand. Ja, genau. Ähm, ja. Ich habe auch so, sie fährt ja halbhernd auch so ein bisschen an. Also so auch für eine Elbin ist sie auch relativ temperamentvoll, würde ich jetzt mal behaupten. Das meine ich ja, deswegen war es ja so, deswegen hat es so geknistert. Das hat aber jetzt geknistert, okay. Ja, aber sie hat auch, ich fand das schön, wie sie auch Mitleid mit ihm hatte, ne, dass sie auch sich komplett in seine Lage versetzen kann. Ich meine, die hat so viel Krieg und Leid und sowas gesehen in den tausenden Jahren, die die gelebt hat. Die weiß ganz genau, wie er sich fühlt. Aber da muss ich auch sagen, das fand ich so ein bisschen, weil sie hat oft diese Dialoge, wo sie dann sagt, ich habe so viele Tode schon gesehen, ich habe so viele Menschen schon verloren. Ja. Und es stimmt ja auch alles, aber ich finde, dadurch macht das sie so ein bisschen unsympathisch. Also vielleicht ist, soll das ja dann auch die Darstellung von ihr so sein, von der Figur, weil sie ist ja auch eine Elbin, die so sehr viel Stolz haben und sehr viel darauf bedacht sind, auch stolz ihr Eden zu bringen, also auch den Elben zu bringen. Ja, aber ich finde, gerade so im Gegensatz zu den anderen Charakteren fehlt mir bei ihr noch so ein bisschen, obwohl sie ja schon diese, ja, dass man so mit ihr mitfühlt wegen ihrem toten Bruder. Das haben wir ja eigentlich schon bekommen von der Serie, aber ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich noch nicht so richtig mit ihr anfreunden. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch noch ein bisschen schwierig und es ist halt schade, weil das halt die wichtigste Figur ist für die ganze Serie. Ja. Wir sehen aber auch wieder, dass Saurons Zeichen gezeigt wird, so kurz, so kurz so reingeflasht wird, hat mich auch direkt erinnert, bei Herr der Ringe haben die auch immer wieder das Auge so kurz gezeigt, wenn es dann um den Einring oder um Ressauron ging. Und genau, Galadriel jagt Sauron schon seit dem ersten Sonnenaufgang, seit der erste Sonnenaufgang den Himmel blutrot getränkt hat. Da haben wir wieder deine Sonne. Ja, und wir haben natürlich hier wieder, ich finde auch so eine Parallele zu die zwei Türme, wo Legolas sagt, eine rote Sonne geht auf, heute Nacht ist Blut geflossen. Stimmt, eines von tausend Legolas Zitaten, wo irgendwas vorhersagt. Ja. Ja, das stimmt. Ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf, genau. Ich habe sonst, es stürmt, ja. Ja, alles klar. Ne, genau, habe ich auch, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich hoffe, dass Heilbrand kein generischer Held wird, aber ich habe ja auch geschrieben, er hat ja auch schon seine Gefährten im Stich gelassen, das würde Aragorn nicht machen. Ja, wobei man weiß halt auch nicht, ob das jetzt Gefährten sind oder einfach nur so irgendwelche Leute, die mit ihm gereist sind und er hat halt die Chance ergriffen, dass mitgereist. Okay, also würdest du das auch so machen, wenn wir jetzt auf einem Floß wären und würdest du dich dann eher... Ich kenne dich jetzt da schon ein bisschen. Ich würde noch ein bisschen warten, bevor ich dich runterschopfe. Okay, alles klar. Okay, genau, wir kommen dann wieder zu einem Szenenwechsel und zwar sehen wir wieder Bronwyn mit dem Sauron-Theme im Hintergrund, was sehr unheilvoll wirkt. Sie rennt nach Tiharat zurück und dann sehen wir am Anfang ein paar Steinfresken, das fand ich sehr spannend, weil wir sehen darauf Szenen aus dem Krieg gegen Morgoth und man sieht auch einen Adler Manues, wie er Menschen angreift und das fand ich ganz spannend, weil das würde ja nur Sinn machen für diese Menschen, dass sie Adler negativ sehen. Ja, ich meine, das wird ja auch so gezeigt, als ob das so eine Bestie wäre, die so ein Mensch aufspießt und ich habe das auch so interpretiert, dass die denken halt, dass die die Guten sind und die anderen sind die Bösen. Ja, und das finde ich voll spannend, also das würde ich gerne nochmal... So ein bisschen so Geschichtspropaganda, so Geschichtsverzerrung. Ja, genau, dass man dann vielleicht auch so denkt, gerade diesen Konflikt mit Bronwyn und Arondir darüber, ob jetzt die Menschen gut oder schlecht sind, vielleicht hat Bronwyn auch falsche, ja, falsche Geschichtsschreibung mitbekommen oder so. Genau, sie ist auch beunruhigt und erzählt dann Waldreck, ich weiß nicht, wie man seinen Namen aussprechen soll. Waldreck, das sieht auch aus, als ob er Waldreck an sich hätte. Ich will nennen ihn auch sofort Waldreck und erzählt ihm und den anderen in der Bar davon, dass niemand in Hordern zu finden ist. die sind aber unbesorgt, Waldreck sagt auch, das könnte sein, dass das ein Erdbeben war und er will auch nicht, dass die Elben zurückkommen, um sie, ja, wieder zu bewachen. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, er hat auch so eine kleine Weisheit in sich, er hat gesagt, so im Prinzip, dass ein Erdschrutsch ist weniger gefährlich als so Gerede ohne Beweise, was im Prinzip ja auch... Stimmt, hast recht. Was man auch vielleicht so auf unsere Welt so übertragen kann, theoretisch. Auch wieder wahr, aber auf der anderen Seite wissen wir ja, dass es ein Erdbeben recht hat. Aber dann sehen wir auch in einem anderen Shot ihren Sohn Theo, der den Boden angreift, weil wir haben ja schon in der... Er greift den Boden an, das klingt geil. Genau, weil wir haben ja schon in der Folge davor, das fand ich ja auch ganz nettes Storytelling, dass er ja schon von den Mäusen geredet hat, die ihn abfacken und dann schlägt er mit so einem Gegenstand darauf ein. Da hab ich dann direkt gedacht, er wirkt ein bisschen verändert. Er wirkt aggressiver als vorher. Ja, also, wir haben ja schon angenommen, wir wissen nicht, wer sein Vater ist. Genau. Ist es vielleicht Sauron? Warum bitte nicht? Nee, aber das, er wirkt schon irgendwie so düsterer, er hat ja auch dieses Schwert gefunden. Ja. Und ich mein, die Szene beginnt damit, dass er intensiv ins Feuer schaut und wenn Figuren intensiv ins Feuer schauen, dann ist das ja meistens kein gutes Zeichen, dass die irgendwie so mentally stable sind, sag ich jetzt mal. Ja, du hast recht. Er hat eigentlich alle Prämissen, um böse zu werden. Ja. Und er denkt dann... Jetzt muss er nur noch Tiere quälen anfangen, sowas. So ein Hund treten. Ja. Ja, genau, kick the dog, kennt man ja. Durch das Loch im Boden schauen ihnen dann aber keine Mäuseaugen, sondern Ork-Augen entgegen. Ja. Dann sehen wir kurz Arondir in den Tunneln unter Hordern. Dann zieht er ein bisschen wie so bei, hier ist Siles of the Lambs, so ein Nagel aus der Wand. Und genau da, die Szene mochte ich sehr, weil die waren so sehr Horrorfilm-artig und hier wurde mal die Titelmusik auch subtiler eingesetzt als vorher, weil das fand ich ja so ein bisschen übertrieben. Ich fand's auch super interessant, weil es ist auch so sehr klaustrophobisch und so Elben in so einem engen Gang mal zu sehen, ist halt auch mal interessant. Ja. Ich glaub, das ist halt auch einer der Gründe, warum J.A. Bayona dafür engagiert wurde, weil er kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem Horrorfilm-Bereich. Der bringt ja immer so Horror-Elemente in seine ganzen Filme rein. Also gerade so das Waisenhaus, wenn man das mal gesehen hat. Das sieht man auch später noch, wenn sich die Mutter so versteckt oder nicht so richtig sieht. Wo ist das jetzt? Genau. Das ist auch so eine Sache, die benutzt, also mit solchen Sachen spielt er auch gerne mit so Erwartungen. Und so langsam und leise und nicht unbedingt so Jumpscares. Für sowas ist er ja schon bekannt. Das kennt man ja auch aus dem Horror-Genre, dieses Angst vor dem Unbekannten, nach dem Motto, das, was du nicht siehst, ist gruseliger als das, was du siehst. Ja. Und ich meine, er hat aus Jurassic World 2, oder Jurassic Park Film, hat er so ein bisschen einen Horrorfilm gemacht. Ja. Das macht auch nicht jeder. Stimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall, genau, rennen die Mäuse in eine Richtung und Aron dir fällt dann in diesen Schacht hinunter und wird dann von Klauenhänden von hinten festgenommen. Und ich weiß noch, in der Trailer-Analyse hab ich gedacht, das sind Ends. Aber es sind Orks. Okay. Auch wenn ich finde, dass die Finger jetzt nicht so orkig aussehen. Die sehen halt krasser aus. Ja, die sehen krasser. Krasser Orks. Der eine Ork, da reden wir gleich auch noch drüber, der ist halt auch krasser als in den Jurassic-Filmen. Also er ist halt nochmal, er ist kein Urukai, sondern er ist ein normaler Ork, aber er ist auf jeden Fall mal zehn stärker. Ja. Genau. Ronwin rennt dann auch zu ihrem Haus zurück, was sie dann verwüstet vorfindet. Das ist auch schön, ne? Dann fällt dir wieder ein, oh stimmt, ich hab einen Sohn. Ich bin nicht erstmal zu ihm gerannt und hab dann gesagt, komm mit in die Stadt oder sowas, du bist jetzt bei mir, ich beschütze dich. Nee, der schafft das schon. Ja, genau. Aber ihre Mutter-Gene kommen ja dann auch noch hervor eigentlich, weil Theo sagt ihr dann auch, der hat sich versteckt und er sagt ihr auch, sie soll Hilfe holen, aber sie bleibt dann doch da. Und dann sehen wir den Ork mit dem Tierschädel. Ja, wir haben auch in der Trailer-Analyse ja viel spekuliert, ne, mit diesen Fingern, was könnte das sein, so irgendwas Besonderes, Besonderes Wesen. Nee, es ist einfach ein stinknormaler Ork. Genau. Ich finde aber auch, wie fandst du, wie der aussah? Fandst du das cool? Ich fand das extrem cool. Also auch diese Nahaufnahme von diesem, von seinem Mund mit diesen komischen Zähnchen, also ganz merkwürdig. Also ich finde Ork sowieso faszinierend, die gibt es ja in so vielen Formen, aber die sehen halt immer so ein bisschen missgestaltet aus. Ja. Als ob da irgendwas immer schief gegangen wäre. Genau, und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das jetzt so bestätigt wurde, aber ich fand, er sieht halt aus, als wäre seine Haut verbrannt und deswegen, das fand ich auch ein cooler, cooler Hint daran, dass die ja dann sich vor der Sonne verstecken. Vielleicht hat er auch irgendwann mal seine Tiermaske zu Hause vergessen. Ähm, genau, und hier wird dann auch sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet, was ich auch positiv hervorstellen wollte. Aber ich hab mir dann direkt gedacht, was ist das für ein heftiger Ork, weil die fangen dann ja an, mit ihm zu kämpfen und, ähm. Es ist ja richtig schwierig, ne, die bohren irgendwie so ein langes, wie so ein Schwert, also so ein langes Eisendingen rein. Der hat ein Messer im Rücken, der wird kurz mal erhängt, dann wird ihm der Kopf abgeschlagen. Und das ist dann, wie bei Walking Dead, so ein bisschen das letzte Mittel, damit kann man ihn umbringen. Vielleicht aber hab ich mir auch direkt gedacht, wir sind ja auch dran gewöhnt, dass Orks in dem Peter-Jackson-Film vielleicht so ein bisschen Stormtrooper-mäßig nicht so krass sind. Ja, die kriegen ja auch mal, ne, öfter ist das ja auch so, da kriegen die mal eine Bratpfanne übergehauen von Sam und dann sind die auch rausgenockt. Genau. Und das find ich aber dann vielleicht sogar besser gemacht, dass hier zwei normale Menschen, vielleicht die keinerlei irgendwie kriegerische Ausbildung haben, halt auch einfach sehr lange brauchen, um so einen Ork zu töten. Fand ich auch 100% genauso. Also, ne, dass du halt, Orks werden gezüchtet, um zu töten, um Krieg zu führen, das sind eigentlich lebende Kampfmaschinen. Ja. Und oft sind, das ist auch witzig, die sind ja gar nicht so alt. Das heißt, eigentlich kämpfen die gegen so einen Fünfjährigen vielleicht. Bisschen traurig. Das macht das Ganze natürlich nochmal moralisch verwerflich. Aber so ein einzelner Ork müsste halt auch schon eine riesige Bedrohung sein für eine Mutter und ein Kind, was hier auch so gezeigt wurde. Und das hat mich auch so, wo du auch Walking Dead gerade schon erwähnt hast, auch so ein bisschen dran erinnern, so in den ersten Staffeln von The Walking Dead sind ja auch einzelne Zombies, ist einfach schon so ein riesiges, so eine riesige Bedrohung, die man überwinden muss. Und irgendwann später ist das so, bla 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 bla, hier alle kaputt. Voll. Ich mag das so richtig gerne und du hast ja auch so den direkten Gegensatz, du siehst in der ersten Folge, wie Galadriel so ihre Choreografien macht und einen Schneetroll einfach abmuhigst und die haben ein Problem, Ork zu töten. Aber das fand ich cool, das macht einfach die Bedrohung noch ein bisschen größer. Genau und auch realer, ne? Ja. Ich mochte auch dann so diesen, ich glaube das war ein Flashcut oder Jumpcut, wo dann so gezeigt wird, dass sie eben so diesen Kopf von dem Ork auf den Bartriesen haut. Ja. Und da dachte ich mir dann auch so, sie ist die bessere Galadriel. Ja und dann sagt sie dann, lass abhauen Leute, die Orks kommen. Ja, vernünftig. Und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel und wir sehen Galadriel und Halbrand im Sturm und sie haben auch Probleme, das Floß über Wasser zu halten und dann kommt es irgendwie dazu, dass die beide sich gegenseitig retten, weil genau sie ihm irgendwie ihre Hand reicht und dann aber leider ins Wasser fällt. Sie will sich an den Mast binden. Genau. Warum auch immer? Jesus. Er hat auch ein bisschen eine Jesus-Symbolik, genau wie sie dann so runtersinkt. Ich finde, er überlegt ein bisschen zu lange, bis er sie rettet. Aber dann macht er es doch und kann dann sie mit Finrods-Dolch losschneiden. Ja und meine Vorhersage ist auf jeden Fall, dass die beide bis ab so diesem Zeitpunkt miteinander verbunden sind, weil sie sich gegenseitig das Leben gerettet haben. Auf jeden Fall. Die haben ja beide quasi so eine Lebensschuld gegenseitig. Genau. Hast du da noch was zu? Nö, das war, ich fand es auch schön inszeniert. Ja. Aber ja. Ja. Mir habe ich jetzt auch nicht dazu zu sagen. Okay. Geht mir genauso. Wobei so ein bisschen, was man da auch sagen könnte, Herr der Ringe, die Gefährten, Sam geht unter und dann kommt irgendwann Frodo und zieht ihn hoch. Das ist ja auch so eine Parallele, die man schlecht noch ziehen könnte. Stimmt. Okay, dann kommen wir wieder zu Nori, Poppy und dem Meteor-Mann. Nori, Poppy und der, das klingt wie so eine Zeichentrickheit der Ringe-Serie. Ja, kommt bestimmt direkt danach. Der Meteor-Mann guckt sich die Sterne an und Nori sagt auch, dass es bald so weit ist, dass die Hobbits wieder weiterziehen und dass sie versucht hätte, ihm zu helfen, aber dass das ja anscheinend nicht klappt, weil die beiden nicht sich verständigen können. Und dann kommt es zu der berühmt-berüchtigten Glühwürmer-Szene, denn sie scheinen seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann geht diese Lampe kaputt, in der sich die Glühwürmer befinden und genau, dann scheint er sie so ein bisschen zu verzaubern, dass sie eine Art Sternbild bilden. Ja, aber was, ne? Dann nimmt sie auch schon die Hand und flüstert denen was zu. Genau. Und das hat mich wieder saukrass an Gandalf und diese Motte erinnert. Genau, mich auch. Dann hat man wieder das Gefühl, ah, der ist gut, das ist vielleicht ein Zauberer doch wieder. Ja, genau. Auf der anderen Seite flüstern verbindet man ja natürlich auch immer mit Frodo und den Ringen und auch Sauron. Das heißt, ich muss sagen, aber auch die ganze Szene wirkte auf mich jetzt auch nicht so freundlich. Also er wirkte ja... Ja, so beides so, ne? Das ist immer so, so... Genau. Das ist eigentlich so ambivalent. Ja, und ich finde auch das Sternbild, was er dann zeichnet, das hat er ja auch vorhin in den Sand gezeichnet. Da habe ich auf jeden Fall eine Parallele gesehen. Und Nuri glaubt dann auch, dass man, dass die beiden ihm helfen müssen, diese Sterne zu finden. Ja. Ich meine, was jetzt auch noch ein Punkt sein kann, dass er gut ist, er schaut halt in die Sterne hoch und mit Sterne und sowas verbindet man natürlich immer Elm und die Wala, also mit die guten Leute. Und dieses Sternenbild, das sieht so ein bisschen aus wie so ein K, ne? Aber es sieht nicht so ganz aus wie das, was er vorhin gezeichnet hat. Also das war schon eine andere Rune. Ähm, und witzigerweise, diese Rune steht ebenfalls für G. Die jetzt eher mit den Sternen zeichnet? Ja, genau, dieses K, das steht ebenfalls für G. Also haben wir schon wieder Gandalf. Ach Gott. Ähm. Wenn es Gandalf ist, ne? Oder sucht er vielleicht Galadriel oder Gilgalad? Ich meine, das würde ja auch Sinn machen, dass er sagt, er will so die Sterne finden und da dachte ich so, Sterne könnte ja auch bedeutend für Elben stehen. Vielleicht sucht er ja wirklich dann eben eine Elbin oder eine Elbe. Oder er sucht die Band, die Sterne. Ja. Kann auch sein. Und ich meine, Sternenbilder, das wird ja auch gezeigt, ich habe auch erstmal geguckt, ob das vielleicht eben ein Sternenbild ist, weil es gibt auch in der Welt von Tolkien ganz viele Sternenbilder. Ja. Zum Beispiel die Walakirka. Mhm. Und die sind auch immer mit großer Bedeutung aufgeladen. Ähm, aber ja. Falls das auch ein Sternenbild aus unserer Welt ist, ne? Ihr Leute da draußen, die hast du noch nie möchtest. Wir suchen die Astronomen. Ab in die Kommentare mit euch. Ja. Und ja, ich habe noch, in dieser Szene habe ich immer noch das Gefühl, ich weiß nicht, ob der gut oder böse ist. Ich habe eine Theorie. Mhm. Also, ne? Hau raus. Ne? Geh Gander von sowas, das ist ja schon eindeutig. Aber es kommen auch immer wieder diese bösen Sachen, ne? Dass er irgendwie so, irgendwie auch so böse wirkt oder dass diese Leuchtkäfer dann kaputt gehen oder sowas davon. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht beides ist, dass er ein Maya ist. Mhm. Und wir wissen ja auch, es gab gute Maya, wie Gandalf oder wie Melian oder viele andere. Und es gab auch böse Maya, sowas wie Balrog oder Sauron. Und vielleicht ist er so ein Maya, der noch dazwischen steht. Könnte ja sein, dass er auch aus Valinor verbannt wurde oder keine Ahnung was, weil er wurde ja dann, der mit Hoher kam aus der Richtung. Ja. Aber meine Theorie ist, dass der Typ Maya ist und aber noch nicht so ganz genau weiß, ob er jetzt gut oder böse ist. Okay, da würde ich sogar fast mitgehen. Also das heißt, er könnte sozusagen beides sein. Ich fände es spannend, wenn er böse wäre, weil dann würde dann diese ganze Storyline mit Nori auch nochmal mehr Gewicht kriegen, weil diese neugierige Art von ihr theoretisch dann dazu führen könnte, was ja Gigalat auch gesagt hat über Galadriel zum Beispiel, dass dann eher mehr Sand aufgewirbelt wird und dass es dann eher dazu kommt, dass sie dafür verantwortlich ist, dass Mittelerde in Gefahr ist. Ich fand, es gibt ja mehrere Indizien, dass es theoretisch auch Sauron sein könnte. Also das, um ein bisschen das deiner These entgegenzustellen, also die Einschlagsstelle sah aus wie ein Auge. Sauron hatte auch Zauberkräfte. Also Sauron war ein Maya. Die Serie sagt ja auch, dass das Feuer in diesem Krater nicht heiß ist, genauso wie in der Festung, wo Galadriel das Zeichen von Sauron gefunden hat. Und Sauron hat ja auch mal behauptet, von den Valar geschickt zu sein. Und das würde dann auch Sinn machen. Wir hatten ja schon mal die Umlaufbahn festgestellt. Und wenn er dann so tut, als wäre er aus Valinor gekommen, würde das vielleicht auch Sinn machen. Oder, dass er einer der bekannten Maya ist, die wir auch schon kennen. Also wenn wir jetzt daran erinnern, aus den Büchern kennen wir Radagast, Gandalf und Saruman. Und den Balrog. Oder meinst du jetzt insgesamt? Nee, nee, ich meine jetzt nur die Istari, also nur die Zauberer. Genau, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es theoretisch ein Zauberer sein könnte, dann gibt es auch noch zwei andere Zauberer, die in den Büchern ja vorkommen. Und zwar die blauen Zauberer, die von ... Die immer sau viel saufen gehen. Genau. Die in den Osten und Süden Mittelerdes geschickt wurden. Und Tolkien hat da einmal zugesagt, dass er glaubt, dass sie ähnlich wie Saruman in ihrer Mission Mittelerde von dem Bösen zu befreien gescheitert sind. Ja, vielleicht hat auch einer der blauen Zauberer die Olifanten hochgeschickt oder so. Oder stärker gemacht und sowas. Eben, das könnte natürlich auch sein. Also ich bin da glaub ich auch bei dir, dass das auf jeden Fall ein Maya ist oder jemand, der zaubern kann. Sauron hält sich für unwahrscheinlich. Ja, ich hoffe nicht, dass es Gandalf ist. Ja, ich glaub, da ist zwischen den Stühlen und ... Diese Serie bringt auch so Graustufen rein. Ich mein, das ist ja ... Okay, ich mag diesen Vergleich nicht, aber das ist ja ähnlich wie mit Rey in Episode 9. Mhm. Ach so, dass sie so ein bisschen ... Au, das tat weh. Dass sie einfach verführt wird. Ja, die Macht ins Gleichgewicht bringt. Das stimmt. Vielleicht bringt er auch die Macht ins Gleichgewicht. Weil immer nur, ne? Iluvatar, ja, der ist der Gute, der hat alles erschaffen. Ja, vielleicht hat er auch ein paar Leichen im Keller. Vielleicht ist es aber auch ... Ich mein, er hat auch Morgoth erschaffen. Stimmt, ja. Vielleicht ist es ja auch Iluvatar selbst, obwohl das wahrscheinlich Gotteslästerung wäre. Ja, Gott. Das sollen die sich trauen. Ja, genau. Du meinst so ein bisschen wie in ... Hast du mal Dogma gesehen? Mhm. Okay, da ist der ... Da kommt Gott manchmal ... Das ist ein bisschen ... Das ist mit Matt Damon und Ben Affleck und sowas. Und das ist immer so ein bisschen ... Ist das ein Film? Ja, ist ein Film. Okay. Ist immer auch so sehr sarkastisch, ironisch und sowas. Und da ist Gott halt auf der Welt ... Und so ein bisschen immer so abgefahren. Mhm. Und da gibt es auch Engel und Teufel und Gott und alles. Und Gott kommt dann manchmal auf die Erde in Form von einem alten Mann. Ah, okay. Der wird dann zusammengeschlagen. Ich fände das sogar eigentlich ganz cool, wenn das so Iluvatar selbst ist und er so die ganze Zeit versucht, so Leute, das ist hier Sauron, komm wieder. Hütze, 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 Hand. Genau. Ja, aber lass uns die Diskussion, wenn wir mehr über den Meteor-Mann erfahren, noch ein bisschen verschieben. Ja, aber ich mag das voll gern bei der Serie, das mit dem Meteor-Mann, dass das einfach so viele ... Dass man da richtig so seine Fantasie spielen lassen kann, dass das so viele Theorien sich zusammenspinnen kann. Und die Gefahr bei sowas ist ja immer, dass dann die Realität nicht so cool ist wie die Theorien, die man aufstellt. Und dass wir dann alle enttäuscht sind, wenn das dann einfach Gandalf ist. Ist einfach ein Mann. Ja, genau. Ist einfach ein Mann. Ja. Okay, aber gehen wir wieder zurück nach Khazad-Dum. Ja, gerne. Durin hat Angst, dass der Durin der Dritte, wir sehen nämlich, komm ich schon durcheinander, sehen wir nämlich Durins Vater, Durin dem Dritten. Und er sagt, dass er hofft, dass Durin der Vierte das Geheimnis der Zwerge gut vor Elrond verborgen hat. Und er sagt auch, dass er zu weichherzig ist, was die Elben angeht. Er sagt, er ist wie Sandstein im Granit, was die Elben angeht. Das ist schöner ausgedrückt. Richtig schön für die Zwerge, ja. Dann sieht man auch schon den Konflikt. Er ist wahrscheinlich ein bisschen altmodischer und feindlicher den Elben gesinnt als jetzt Durin der Vierte. Ja. Und sie beide blicken dann auch in eine Box, die leuchtet. Ja, das ist wahrscheinlich das Gleiche drin wie in dem Pulp Fiction Koffer. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Was ist deine Theorie, was da drin ist? Boah, da mache ich ein Special mal drüber. Ja? Ich glaube aber auch, dass es sowas ist, was jeder immer mal gefragt bekommt, wenn man ein Filmfan ist. Was ist denn deine Theorie? Achso, nee, ich meine, was jetzt in dieser Box drin ist. Achso, ich wollte gerade sagen. Das ist ja, die Seele soll da drin sein. Ja, genau. Der hat jetzt gerade schon, wir machen hier ein Herr-de-Ringe-Video. Genau, ich glaube, dass es Mithril ist. Ich glaube auch, dass es Mithril ist. Ja, genau. Dass die halt gerade so eine große Ader gefunden haben. Man weiß ja auch nicht, wann zum ersten Mal in Moria das, glaube ich, so abgebaut wurde. Vielleicht haben die jetzt die erste Ader so gefunden. Ja. Und ich meine, Mithril ist ja bei allen Völkern super beliebt. Ja, genau. Und wenn dann die Elben, da könnt ihr ja annehmen, die haben irgendwas erfahren, dass es Mithril hier gibt. Mithril hier gibt. Da kommen wir mal rüber und machen jetzt mal auf nette Nachbarn, dass wir auch was abhaben können. In den Büchern war das ja auch eigentlich so, dass Eregion gebaut wurde, weil man eben dieses Mithril-Vorkommen in Khazad-Dum eben genau mitbekommen hat und dann daraufhin sich da ansiedeln wollte, um das dann abzumeinen. Abzumeinen. Ja, tut mir leid für das Denglische. Genau, und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel. Achso, ich wollte noch eine Sache sagen zu Durin dem Dritten. Genau. Ich fand, der hat mir auch schon sehr gut gefallen, dass du so krummelig bist und auch so, ne, der ist halt nicht so vertrauensvoll wie sein Sohn. Und ich glaube, das wird auch noch sehr wichtig werden für die Handlung. Und ich hätte noch eine Frage. Du hast ja immer gesagt, das ist auch so eine Sache, die sich so ein bisschen stört, dass der Dritte auf Durin den Vierten trifft, dass das ja eigentlich nicht möglich ist. Ja, genau. Bist du jetzt, wo du sie zum ersten Mal zusammen gesehen hast, immer noch nicht so 100% überzeugt? Ich glaube, ich bin immer noch nicht so 100%ig überzeugt. Also, ich habe da jetzt auch per se, also, das ist ja auch immer so die Frage jetzt, ob man sich daran dann so aufhängt, dass das jetzt nicht gut repräsentiert ist von Tolkiens Werk. Ja. Aber wenn man darüber hinweg sieht, ja, ich bin offen dafür, dass das dann noch ganz cool ist, die Dynamik. Aber, ja, ich finde jetzt der eine Dialog, der hat mich jetzt noch nicht überzeugt davon, das ist notwendig. Sagen wir mal so. Ja, okay. Das war nur, naja. Okay. Aber du bist begeistert. Ich bin jetzt auch nicht begeistert, dass die aufeinandertreffen. Ich finde, das hätte man auch anders lösen können. Wenn das noch irgendwie innerhalb dieser Handlung irgendwie noch Sinn ergibt, wenn das nicht einfach ist, so, oh, Durin der Dritte, Durin der Vierte, das ist, machen wir das einfach nur, weil wir es können. Wenn das noch irgendwie erklärt wird vielleicht, dann fände ich das auch cooler. Aber ich glaube, für die Leute da draußen ist das vollkommen egal. Ja. Und das ist auch okay. Ja. Ja. Okay, wir sehen Theo, der wieder die, ich nenne sie mal Morgul-Klinge, die umgekehrte Morgul-Klinge hervorholt. Ähm, und das war sehr cool. Sein Blut fließt nach oben und dann stellt sich die Klinge wieder her. Umgekehrt wie die Morgul-Klingen aus der Herr der Ringe. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, er ist der Auserwählte. Böses Blut. Böses Blut. Ja. Ich meine, er ist ja auch einer von den bösen Menschen. Ja. Hat die Sauron-Klinge in der Hand. Vielleicht ist da irgendwas. Da ist, mit dem Stein auch noch, ne? Wo das mit den Adeln war, dass die anderen böse sind. Ja. Passt ja auch alles. Aber irgendwie, wie gesagt, ich habe letzte Folge schon gesagt, ich mag den irgendwie. Ich kann voll mit dem mitfühlen. Irgendwie. Okay. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass ich früher auch so eine Frisur hatte. So eine schöne. Achso, ich dachte schon, warst du früher auch, keine Ahnung, Morgul-Klingen? Nee, nee. Aber ich hatte auch eine alleinerziehende Mutter. Ah, okay. Das verstehe ich. Ja. Und ich habe gern mit Messern gespielt. Dann habe ich nicht. Das war immer ein Ork erhangen. Ja. Ich fand dann, das war auch erst so ein unnötiges Detail, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber er pustet dann drei Kerzen aus. Das ist auch sehr ... The Rule of Three. Achso, ich habe gedacht, du willst jetzt hier Alper-Konkurrenz machen. Achso, ja, ja, das stimmt. Das auch. Aber es gibt nicht so viele Kerzen. Ich warte immer noch auf diesen Numenor-Shot, den wir schon im Trailer gesehen haben. Achso, den Minuten tausend Kerzen? Ja. Also, ich könnte auch das Bild Alper schicken, dann macht er das für uns. Boah, das wäre natürlich super. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung. Ist dir noch aufgefallen, als er die auspustet, dass er irgendwie so ein Symbol auf seinem Mantel drauf hat? Das sah ein bisschen aus wie so ein Schwert, fand ich. Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Musst du noch mal reinschauen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll oder ob das stimmt, aber ich finde, das sah ein bisschen aus wie ein Schwert. Aha, okay. Okay, gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber danke für den Hinweis. Ja, auf jeden Fall sagt dann seine Mutter, ob er fertig ist. Und dann sagt er, ja, ich bin bereit. Und genau, die Szene endet dann, wie die beiden sich den anderen Menschen anschließen und dieses Sauron-Lied ballert. Das Sauron-Lied ballert. Genau. Ja, aber hat mich auch so ein bisschen erinnert, das erinnert mich alles immer so an Herr der Ringe, wie die Menschen jetzt in diesen Wachtturm reinziehen, so ein bisschen wie die Rohirien ziehen von Edoras nach Helmsklamm, weil sie sich da besser verteidigen können. Ja. Vielleicht gibt es dann auch noch eine große Schlacht. Hoffentlich. Also wenn es in der ersten Staffel keine große Schlacht gibt, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube schon. Also ich meine, es gab schon eine große Schlacht, aber... Nur in dem Prolog. In dem Prolog. Ja. Ähm, genau, wir kommen zur letzten Szene. Ja, die hat mir gefallen. Mhm. Wenn man da wieder sehr viel reininterpretieren kann. Genau, wir sehen Galadriel und Highbrand auf einem Floß und sie werden von einem Schatten auf einem Schiff überrascht. Ja. Dann habe ich eine Frage. Jonas, bedenkst du, könnte das sein? Also das ist, ich finde es ist eindeutig. Das ist eindeutig? Ja. Okay. Ich hätte 100% gesagt, das ist Elendil. Ja. Ja, habe ich auch. Also, Elendil. Elendil kennt ihr aus dem Prolog. Das ist der Typ, der gegen Sauron kämpfen wollte, von dem gegen den Felsen geschleudert wurde, kaputt war. Mhm. Und mit seinem Schwert hat dann sein Sohn Isildur den Ring von Saurons Hand geschnitten. Er wird auch manchmal Elendil der Lange genannt. Genau. Genau. Ja, weil er 2,40 Meter groß ist. Ja, weil Numenora waren fast an die 6, 7 Meter groß und sehr viel größer als die Menschen. Ja, und sein Penis wurde auch der Wasserdrache genannt. Schön. Ja, genau. Diese Sonne kommt von hinten, verdeckt, also überblendet alles. Er hat eine Sonne auf seinem Schwert. Er hat Sonnen auf seiner Rüstung. Sein Sohn heißt Anarion, Sohn der Sonne. Und sein Schwert Narsil, das, was mit dem dann auch später Saurons Finger abgeschnitten wird und der Ring, das soll mit dem Licht von Sonne und Mond geschehen haben. Ja. Also für mich, jemand, der Sonne und Mond mag in Herdering, ist das eigentlich das Schwert. Mhm. Genau, deshalb hätte ich jetzt gesagt, es sprechen so viele Zeichen mit der Sonne, der Sonne auf der Rüstung, der Sonne auf dem Schwert und dem Sohn, der Sohn der Sonne heißt, spricht eigentlich so viel für Elendil. Ja, das stimmt. Das könnte aber auch Isildur sein, weil wir haben auch schon gesehen in den Trailer-Shots, dass er auch eben, genau, sich ja gerade ausprobiert, auch so als Seefahrer. Ja. Könnte auch sein Sohn sein. Aber die Haare waren so ein bisschen länger. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht auch Alpharason, weil vielleicht so von der Silhouette. Aber der mag ja gar nicht Elben. Ja, ja, genau. Deshalb hätte sie ja... Aber dann hätte er sie ja wahrscheinlich nicht, du meinst, er hätte sie dann nicht ihm geholfen, aber das sehen wir ja auch noch nicht. Das wissen wir ja noch nicht. Ich schubste sie ja wieder zurück ins Meer. Nein, aber... Und ich habe das Gefühl, da wurde auch zum ersten Mal so ein Theme von Numenor eingespielt, was ich schon mal ziemlich nice fand. Fand ich auch. Ja, genau. Das unterscheidet sich auch sehr von den anderen Themes. Ja. Das mochte ich dann auch. So ein bisschen, das wirkt ja so ein bisschen, wie wenn man in einem Film in eine Wüstenregion geht und dann kommt so eine, ich sag mal, ethnische Musik. Das ist so orientalisch. Ja, so ein bisschen orientalischer, sowas. Ja, obwohl man ja wahrscheinlich orient... Es gibt ja auch diesen Orientalism-Theorie, eigentlich sollte man das ja nicht mehr sagen. Ja, ja, stimmt. Aber naja, gehen wir nicht da... Fernöstlichkeit. Ja, das ist auch immer so. Ja, genau. Auf jeden Fall, man denkt an Sand und Tücher. Sand und Tücher. Ja. Oder hast du mal Hidalgo gesehen? Nee, was ist das? Das ist ein Film mit Viggo Mortensen. Nee, da geht es um ein Pferderennen in... Irgendwo im arabischen Bereich. So in den 20ern Jahren oder sowas. Interessante Setting. Und Viggo Mortensen spielt da so jemanden, der da mitreitet. Okay. Und so die Musik passt dazu. Und ich meine, ne? Viggo Mortensen passt jetzt sehr. Die Verbindung Viggo Mortens Aragorn. Aragorn ist ein Nachfahre von den Numenoran. Vielleicht hat ja jemand aus diesem Film dann auch diesen Score mit B.M.C.W. gemacht. Wer weiß. Lass alles an dieser Serie so komplett tot interpretieren. Bitte. Aber wir sind ja schon dabei. Du als Rune-Experte. Du hast jetzt hier eine Tradition angefangen. Gäf wie Gandalf. Genau. Wie Gabba Gandalf. Also was ist denn jetzt? Das ist jetzt der Schluss, ne? Das heißt, wir haben jetzt... Was ist denn deine Meinung overall von der zweiten Episode, Jonas? Ja. Also die zweite Folge hat mich schon viel mehr abgeholt als die erste Folge. Ich finde, bei der ersten Folge haben mich halt... Es gab so viele Ungeramte, so Ungenauigkeiten und so Sachen, die mich einfach gestört haben, was jetzt so die Lore angeht. Aber ich fand hier alles, was mit den Zwergen zu tun hatte, die Zwergenkultur, alles, was da gezeigt wurde, die Chemie zwischen Elrond und Durin, fand ich gut. Es gab auch nicht mehr so viel Hobbit-Anteil. Das war mehr dieser Meteor-Mann, was ich besser fand. Und es hat auch so ein bisschen mehr Horror und Spannung gehabt. Gerade so in dem Part, wo mit Bronwyn und mit Theo, wo die gegen den Org kämpfen. Und jetzt am Ende kommt jetzt noch Numenau dazu. Deshalb, ich fand die zweite Folge schon viel besser. Ich muss aber sagen, ich bin... Es gibt so einige Sachen, die mich immer noch so... Dinge, die ich nicht so toll finde insgesamt. Also manchmal auch so der allgemeine Look und sowas. Das Feeling. Weißt du, so eine Sache, die man schwer beschreiben kann. Einfach so das Gefühl ist noch nicht so 100% da. Es kommt immer mal wieder bei einzelnen Szenen, bei einzelnen Musikstücken. Aber so, wie ich das durchgehend hatte, so wie bei der Herr der Ringe-Trilogie, so ist es halt noch... Ist es nicht da. Okay. Deshalb, ich fand die zweite Folge besser. Und ja. Was meinst du? Ja, ich stimme dir dazu. Ich fand die auch auf jeden Fall um einiges besser als die erste. Ich fand aber auch wieder ein paar Dinge, die mich irgendwie auch wieder gestört haben. Dass Zwerginnen keinen Bart haben. Das mit Duden, seinem Vater hatte ich auch schon mal herausgestellt. Ich liebe aber, wie du auch schon gesagt hast, Khazad-Dum, wie sie das gestaltet haben, visuell. Ich liebe die Charaktere bisher von Durin und Lisa. Und sehr liebenswerte Charaktere, was mir auch jetzt so in der ersten Folge ein bisschen gefehlt hat. Weil ich glaube, da wurde viel auf so epische Szenen gesetzt mit epischem Soundtrack, epischen Eröffnungsszenen. Um dieses Gefühl zu erzeugen. Und ich fand, es war ein bisschen zu viel gewollt. Und es hat jetzt in der zweiten Folge mehr Platz bekommen, was ich spannend fand. Was auch meinen Platz bekommen hat, waren eben so diese Themen von, keine Ahnung, Unsterblichkeit, Wissensstores von Kehle Brimboa, wie verdorben sind Menschen. Also davon hätte ich halt gerne mehr. Und ich bin voll gespannt darauf, auch was mit so Theo und Heilbrand und so passieren wird. Am wenigsten gefällt mir immer noch der Hobbit-Handlungsstrang. Aber ich habe irgendwie, auch dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe viel Positives über diese zweite Folge zu sagen. Aber ich weiß voll, was du meinst, so mit diesem Gefühl von Herr der Ringe. Und dass man auch das Gefühl hat, hier wird sehr viel Geld, wurde sehr viel Geld rausgeballert. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Und das will man auch zeigen, was halt auch cool ist. Aber da gehört halt noch ein bisschen mehr zu. Ja, also ich habe auch manchmal das Gefühl so, ich sehe noch nicht so wirklich, wo dieses Geld hingeflossen hat. Also schon, also es ist schon krass produziert. Aber es könnte ein bisschen krasser sein. Also es muss ja quasi so ein mehrfaches Sein von Herr der Ringe, theoretisch, wenn man jetzt so ganz so Milchmädchenrechnung macht. Aber ich finde auch so, ich hätte es gerne, dass so ein bisschen runtergedreht wird mit dem Glaskas-Krass-Machen. Also ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn man mehr so diese krassen Dialogszene hatte. Alleine das so die beste Szene aus der Episode, fand ich, war dieser Dialog zwischen Elrond und Durin, der einen emotional halt voll abgeholt hat. Ich glaube, wenn das mehr kommt, anstatt halt irgendwie Animationen von der Region oder so. Ja, das ist bisher eine erste und zweite Folge, finde ich, durchwachsen. Es gibt viele Lichtblicke, einige Schattenblicke oder viele Schatten. Genau, deshalb schaut auf jeden Fall gerne jetzt weitere Videos noch an. Zum Beispiel das letzte Video von Game 2. Oder schaut unser Special, Wer ist Galadriel, wo wir die komplette Lebensgeschichte von Galadriel nachher erzählen. Natürlich ausgeklammert, was jetzt hier passieren wird, weil das ist ja alles relativ neu. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hier sehen, Xenia. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und dann, bis dann. Bis dann. Tschüss.